Strömung So weit im Leben und so nah am Tod, dass ich mit niemand darum rechten kann, reiß ich mir von der Erde meinen Teil. Dem stillen Ozean stoß ich den grünen Keil mitten ins Herz und schwemm mich selber an. Zinnvögel steigen auf und Zimtgeruch, mit meinem Mörderzeit bin ich allein, in Rausch und Bläue puppen wir uns ein. Wie Orpheus spiel ich auf den Seiten des Lebens den Tod und in die Schönheit der Erde und deiner Augen, in die der Himmel taucht, weiß ich nur Dunkles zu sagen. Vergiss nicht, dass auch du an jenem Morgen, als dein Lager noch nass war von Tau und die Nelke an deinem Herzen schlief, den dunklen Fluss saßt, der an dir vorbeizog. Du neigtest dich über ihn, schriest auf und batest mich, dir mit dem Bogen das Haupt abzutrennen. Die Seite des Schweigens, gespannt auf die Welle von Blut, griff ich dein tönendes Herz. Verwandelt war deine Locke in schattenharder Nacht, der Finsternis schwarze Flocken, beschneidend ein Antlitz. Und ich gehöre dir nicht zu, beide klagen wir nun. Aber wie Orpheus weiß ich auf der Seite des Todes das Leben und mir blaut dein für immer Geschlossenes auf. Die Dichterin Ingeborg Bachmann bildete von Anfang an eine riesige Projektionsfläche. Es gibt höchst unterschiedliche Charakteristiken und Porträts von ihr und sie widersprechen sich oft. Im Alter von 26 Jahren trat sie schlagartig ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, als sie für ihre existenziell abgründigen, von Liebe und Verlust handelnden Gedichte den Preis der Gruppe 47 bekam. Das Titelbild des Magazins Der Spiegel beförderte 1954 ihren Ruf einer lyrischen Diva, die immer rätselhaft erschien und nie eindeutig zu fassen war. Der dunkel und tiefrot geschminkte im Mund der nachdenkliche, elegische Blick. Wie halte ich mich? Ich habe vergessen, woher ich komme und wohin ich gehe. Ich bin von vielen Leibern besessen, ein harter Dorn und ein flüchtendes Reh. Ingeborg Bachmann verkörpert wie keine andere das Lebensgefühl derjenigen, die zwar noch jung sind, aber sieben Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch seinen Schatten spüren. Ihre Gedichtbände, Die gestundete Zeit von 1953 und Anrufung des großen Bären von 1956 zählen bis heute unbestritten zum Kanon der Literatur des 20. Jahrhunderts. Und seither wechseln die diversen Bachmann-Zuschreibungen einander ab, zwischen Heiligen, Legende und Boulevardmelodramen. Ihr Geheimnis liegt vor allem darin, dass sie sich den damals für Frauen geltenden starren Normen entzog. In ihren Aufnahmen aus den frühen 50er-Jahren hört man keinen jugendlichen Überschwang, keine Mediengewandtheit oder Zukunftszuversicht in ihrer Stimme. Ingeborg Bachmann scheint in sich hineinzuhorchen. Sie fragt den Worten nach, während sie zögernd in das Mikrofon spricht. Und man meint, das Mikrofon als Instrument der Entfremdung mithören zu können. Freund, bin ich heute den Ahornzweigen, morgen vergehe ich mich an dem Stamm. Wann begann die Schuld ihren Reigen, mit dem ich von Samen zu Samen schwamm? Ingeborg Bachmann wurde am 26. Juni 1926 im österreichischen Klagenfurt geboren. Doch schon kurz danach beginnen die Unklarheiten. Es ist tückisch, ihre eigenen biografischen Aussagen zu wörtlich zu nehmen. Sie macht ihr konkretes Leben nie eindeutig kenntlich, sondern spielt mit Versatzstücken und erstellt daraus eine ganz eigene, schillernde, ästhetische Existenz. Eine ihrer am häufigsten zitierten Äußerungen stammt aus einem Interview für die Frauenzeitschrift Brigitte im Umfeld der Veröffentlichung des Romans Marlina 1971. Sie sagt hier über die weibliche Ich-Erzählerin, Es wird von ihrer Jugend gesprochen, aber was sich in den entscheidenden Jahren von 18 bis 25 ereignet hat, die Zerstörung ihrer Person, das wird in Träume verlegt. Bachmann sagt in diesem Interview vorsorglich, dass das Buch nicht als eine Autobiografie verstanden werden könne. Dennoch liegt in diesem Satz zweifellos ein Schlüssel für Bachmanns Werk insgesamt. Aber wenn sie von jener Zerstörung der Person spricht, sollte man nicht zu schnell zu eindeutige Rückschlüsse auf biografische Erfahrungen ziehen. Die Zerstörung der Person meint etwas Symbolisches. Es hat etwas mit dem Verhältnis zwischen Mann und Frau zu tun und den Schwierigkeiten sich als eine künstlerisch ehrgeizige, selbstständige Frau in der Gesellschaft auch emotional verankern zu können. Wenn man sich der Biografie Ingeborg Bachmanns nähert, deutet nichts darauf hin, dass ihre Kindheit und Jugend besonders unglücklich gewesen wären. Das Geiltal mit den Orten Hermagor und Oberfellach, wo sie viele Jahre lang mit ihren Eltern und ihren Geschwistern die Ferien verbrachte und im Krieg auch Zuflucht suchte, erscheint in ihren Texten später immer wieder wie eine beschirmende Kindheitsvision. In Oberfellach war ihr Vater aufgewachsen und dieser Ort bildet das Zentrum eines imaginären Galicien, das Bachmann in ihrem Spätwerk in Anlehnung an das ehemalige Habsburger Reich beschwört. In dieser Ecke Kärntens stoßen drei Länder aufeinander, Österreich, Slowenien und Italien. Die Utopie des Vielvölkerstaats, die in der K&K-Monarchie aufschien, blieb für diese Autorin zeitlebensprägend. Im Gedicht Prag, Jänner 64, das von einer heilsamen Reise nach Prag in einer Phase der tiefsten Krise ausgeht, heißt es, Seit dieser Nacht gehe und spreche ich wieder, böhmisch klingt es, als wäre ich wieder zu Hause, wo zwischen der Moldau, der Donau und meinem Kindheitsfluss alles einen Begriff von mir hat. Bachmann hat ihre Heimat immer wieder thematisiert. 1952 spielt sie in einem kleinen biografischen Text für den Rundfunk eine ähnliche Rolle. Die Perspektive war allerdings noch etwas anders. Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze, in einem Tal, das zwei Namen hat, einen deutschen und einen slowenischen. Und das Haus, in dem seit Generationen meine Vorfahren wohnten, Österreicher und Windische, trägt noch heute einen fremdklingenden Namen. So ist nahe der Grenze noch einmal die Grenze, die Grenze der Sprache. Und ich war hüben und drüben zu Hause mit den Geschichten von guten und bösen Geistern zweier und dreier Länder. Denn über den Bergen eine Wegstunde weit liegt schon Italien, das ich nie gesehen habe. Ich glaube, dass die Enge dieses Tals und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat. Als der Krieg zu Ende war, ging ich fort, ohne Geld und Gebäck und kam voll Ungeduld und Erwartung nach Wien, das unerreichbar in meiner Vorstellung gewesen war. Bachmann betonte oft, dass die Erfahrung der Mehrsprachigkeit für sie wesentlich gewesen sei. Gerade die Nähe zu Italien löste früh Sehnsüchte aus. Dass ihr Vater Mitglied der NSDAP war, führte in der Literaturwissenschaft zu teils heftigen Spekulationen. Allerdings existieren keine Indizien dafür, dass Ingeborg Bachmanns Vater hier besonders auffällig gewesen wäre. Seine Parteimitgliedschaft als Lehrer in Kärnten ist in erster Linie als provinzielle Angepasstheit zu interpretieren. 90 Prozent aller Lehrer Kärntens waren bereits früh in dieser Partei. Das sollte man nicht verharmlosen. Aber immerhin erzählte Ingeborg Bachmann ihrer Freundin Toni Kienlechner einmal, dass ihr Vater sich bereits Ende der 30er Jahre eher distanziert zu den Nazis geäußert habe. Was diese Autorin in ihrer Jugend und im Übergang zum Erwachsenenalter umtrieb, zeigt eines der wenigen erhalten gebliebenen frühen Dokumente. Es sind sechs Tagebuchblätter aus der Zeit kurz vor und kurz nach dem Kriegsende 1945, die in ihrem Nachlass gefunden wurden. Ich gehe nicht mehr in den Bunker hinauf. Tschörners sind tot und Ali ist am Tag drauf eingegangen. Unser Ali. In der Straße ist jetzt niemand mehr. Die Tage sind so sonnig. Ich habe einen Sessel in den Garten gestellt und lese. Ich habe mir fest vorgenommen, weiterzulesen, wenn die Bomben kommen. Das Stundenbuch ist schon ganz zerdrückt und verschmiert. Es ist mein ganzer Trost. Das Stundenbuch ist ein Band von Rainer Maria Rilke. Ingeborg Bachmann vergräbt sich tief in die Frühmoderne und in die Lyrik. Und drumherum, gerade auch in äußerer Gefährdung, scheint ihr alles egal zu sein. Die Literatur ist für sie ein existenzieller Gegenentwurf. Dazu gehört aber auch, und das wird biografisch immer mehr in den Mittelpunkt rücken, das Spiel mit Masken, der Rollenwechsel, das Theatralische. Wohl bereits als 16-Jährige verfasst sie ein Drama mit fünf Aufzügen, dessen Schauplatz im Sommer 1808 hauptsächlich Saragossa zur Zeit der napoleonischen Besatzung ist. In Szene gesetzt wird eine Kaufmannstochter, zerrissen zwischen dem Kampf um die spanische Freiheit und der Liebe zu einem feindlichen Offizier. Ein Jahr später schreibt sie das Honditschkreuz mit dem Untertitel Erzählung aus dem Jahre 1813. Wieder ein historischer Stoff, also ein Hineintauchen in die Geschichte, das vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Herrschaft geschieht und versucht, der diktatorischen Gegenwart einen Spiegel vorzuhalten. Es geht um den Aufstand gegen die napoleonischen Truppen im Geiltal, ihrer Kindheitslandschaft. Aus der Zeit um das Kriegsende 1945 datieren dann aber auch ekstatische Gedichtentwürfe, die den Titel Briefe an Felician tragen. Fellach, 16. Mai 1945 Herzliebster Mann Hätte ich nur eine Seele, so müsste ich sie suchen in den dunklen Nächten, die wie heute vor meinem Fenster liegen. Ich bin tagelang stumm und ohne die wachen Sinne, die mich zu dir tragen, die mich in die Berge führen und in die Tiefe stürzen. Manchmal fühle ich, dass ich dich liebe. Wer hier angesprochen wird, ist augenscheinlich ein Phantom. Der Angesprochene mit dem hymnischen Namen Felician ist schwer zu fassen. Er changiert zwischen einem himmlischen Erlöser und einem Geliebten und scheint eine ideale Projektionsfläche für jugendliche Fantasien zu sein. Es gibt Indizien dafür, dass dieses Phantom zumindest mittelbar mit einem Mann zusammenhängt, der Josef Friedrich Perkonig hieß. Ingeborg Bachmanns Lehrer an der Klagenfurter Lehrerfortbildungsanstalt, der als Kärntner Lokalschriftsteller eine Instanz darstellte und damit offenkundig die einzige Verbindung zur literarischen Welt verkörperte, die ihr zugänglich war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kurz nach dem Ende des Krieges im Mai oder Juni 1945 wird Ingeborg Bachmann von einem britischen Besatzungsoffizier, dessen Büro sie zuvor aufgesucht hatte, mit Wiener Akzent auf der Straße angesprochen. Bald tauschen sie sich über Bücher aus. Bachmann nennt Thomas Mann, Stefan Zweig, Schnitzler und Hoffmannsthal von den Nazis verfemte Autoren, die sie heimlich gelesen hat. Jack Hammish ist ein Wiener Jude und 1938 als 18-Jähriger noch mit einem Kindertransport nach England gebracht worden. Für Bachmann ist es entscheidend, mit ihm über Bücher zu sprechen und sich so ein anderes Leben zu entwerfen. Stolz zitiert sie in ihrem Kriegstagebuch die Reden ihrer Nachbarn. Sie geht mit dem Juden. Allerdings gibt es von Anfang an eine auffällige Gegenströmung. Ingeborg Bachmann schreibt, dass ihre Freundin Liesel sich in einen Engländer verliebt hat, ihn heiraten und mit ihm nach England gehen will. Ich verstehe sie gut, aber dann ärgere ich mich über sie, weil sie glaubt, ich müsste auch einen Engländer heiraten und fort von hier. Natürlich will ich fort, aber damit ich studieren kann. Und ich will überhaupt nicht heiraten, auch keinen Engländer wegen ein paar Konserven und Seidenstrümpfen. Auch Jack Hammish kann daran nichts ändern, obwohl er es länger versucht. Für ihn kommt am Ende des Krieges ist nur die Auswanderung nach Palästina in Frage. Doch die junge Ingeborg Bachmann, die für seine verlorene Heimat steht, hat Sehnsüchte in ihm ausgelöst, die ihm lange nachgehen. Lass neue Brücken erstehen, denn mein Weg führt zu dir, liebe Inge, und schreibe mir bitte nicht mehr, dass das Freisein glücklich macht. Schreibt er ihr noch am 16. Juli 1947 aus Tel Aviv. Freisein, Hammishs angstvoll zurückgewiesenes Wort, für Ingeborg Bachmann war es offenkundig die große Losung. Literarischer Ehrgeiz und Bildungsstreben laufen hier zusammen. Und es ist zu vermuten, dass die Anlage dafür in der Erziehung in ihrem Elternhaus und dem Lehrerberuf ihres Vaters zu suchen ist. Der Krieg, das Gefesseltsein in der engen Welt der Provinz führen zu einer ganz eigenen Dynamik. Direkt nach Kriegsende schreibt sie, Das ist der schönste Sommer meines Lebens. Und wenn ich 100 Jahre alt werde, das wird der schönste Frühling und Sommer bleiben. Vom Frieden merkt man nicht viel, sagen alle. Aber für mich ist Frieden. Frieden. Die Leute sind alle so entsetzlich dumm. Haben sie denn erwartet, dass nach einer solchen Katastrophe das Schlaraffenland von einem Tag zum anderen ausbricht? Ich werde studieren, arbeiten, schreiben. Ich lebe, ja. Ich lebe. Ingeborg Bachmann wollte ausbrechen. Die Metropole Wien war von Anfang an ihr großer Sehnsuchtsraum. Da, wo das literarische Leben, so wie es ihr vorschwebte, einen konkreten Ort hatte. Ihre Obsessionen lagen in der Literatur. Und sie drückte das auch völlig emphatisch so aus. In meiner Trunkenheit kann ich nur maßlos sein und trinken und nehmen und dauern. Diese Form von Maßlosigkeit war in Kärnten nicht zu haben. Über Innsbruck und Graz schaffte sie es im Wintersemester 1946-47 endlich nach Wien, der Stadt, die sie mit einem Freisein identifizierte. Sie studierte weiter in erster Linie Philosophie und Germanistik und setzte vor allem auch ihre literarischen Versuche fort. Dabei erkannte sie wohl schnell, dass der am ehesten erfolgversprechende Weg über den umtriebigen Literaten und Strippenzieher Hans Weigel führte. Weigel, 18 Jahre älter als Bachmann, war als Jude während des Kriegs in die Schweiz emigriert, dann aber sofort wieder nach Wien zurückgekehrt und hielt dort nahezu alle Fäden des literarischen Lebens in der Hand. Wie zielstrebig Ingeborg Bachmann vorging, ist bemerkenswert. Am 5. September 1947 war die Premiere der von Hans Weigel verantworteten Revue Seitensprünge im Theater in der Josefstadt. Vor der Aufführung, das hat Weigel selbst so beschrieben, bat ihn eine schüchtern wirkende, aus Kärnten stammende und sich als Journalistin ausgebende Studentin um ein Interview. Dieses Interview ist nie erschienen, aber es war der Beginn der intimen Beziehung zwischen Weigel und Bachmann. Es gibt einen Briefwechsel zwischen den beiden, der vor allem die Zeit zwischen Mai und September 1948 betrifft, als Weigel für einen Arbeitsaufenthalt in New York war. In diesen Briefen spielte Bachmann äußerlich meist sehr selbstsicher, ziemlich gekonnt die Rolle des süßen Wiener Mädels, das spätestens seit Arthur Schnitzler zu einem geläufigen Typus geworden ist. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass du dir dort wieder wünschen wirst, es käme dich so ein junger Aff, der kaum den Mund aufbringt, interviewen? Diesmal kommt er aber nicht, weil er inzwischen das Reden schon gelernt hat und auch sonst maßlos frech geworden ist. Ich hoffe, du machst dann nicht mehr so viel Geschichten und sagst gleich, was du von den jungen Mädeln hältst, die zur Zeitung wollen und dass es gescheiter ist, sie kommen bald an einen Mann etc. und ich werde diesmal ja weder blass noch rot werden, sondern dir gleich meine gefestigte Lebensanschauung ins Gesicht schleudern oder besser ins Gesicht küssen und gar nicht abwarten, ob du willst oder nicht. Ingeborg Bachmann probierte gerne Rollen aus. Hier ist sie bereits über erste Versuche hinausgelangt und beherrscht mühelos die Klaviaturen. Einer der Gründe für diesen kecken Umgang mit dem älteren Liebhaber und Förderer Hans Weigel mag in einem Ereignis liegen, dessen Bedeutung für ihre Biografie sie noch gar nicht absehen konnte. Am 17. Mai 1948 schreibt sie einen Brief an ihre Eltern. Gestern noch unruhige Besuche bei Dr. Löcker, Ilse Eichinger, Edgar Genie, surrealistischer Maler, wo es sehr nett war und ich den bekannten Lyriker Paul Celan etwas ins Auge fasste. Die lockere, kokette Art und Weise, wie sie an die Eltern auch über ihre Liebschaften schreibt, legt nahe, dass sie ein enges Verhältnis zu ihnen hatte. Auch später wird sie oft nach Klagenfurt fahren, gerade auch in Zeiten von Krisen und Krankheiten. Vielleicht deutet die Formulierung vom bekannten Lyriker Paul Celan etwas darüber an, worum es im Hintergrund geht. Denn man konnte zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs behaupten, dass der Name Paul Celan in der Literatur eine größere Rolle spielte. Er war nur sechs Jahre älter als Bachmann, gehörte also im Vergleich zu Hans Weigel zu ihrer Generation und hatte sich gerade erst aus Bukarest nach Wien durchgeschlagen. Allerdings war er in engeren surrealistischen Zirkeln bereits aufgefallen. In solchen Briefsätzen klingt vor allem stolz an, eine Art Triumphgefühl mit den kulturellen Kreisen Wiens Umgang zu haben. Der Ehrgeiz und der Bildungshunger waren sicher etwas, was sie mit ihrem Elternhaus verbannt und solche Erfolgsmeldungen sollten zeigen, dass sie sich auf dem richtigen Weg befand. Zudem hatte sie durch Hans Weigel bereits etliche Kontakte geknüpft und war dabei, sich neben ihrem Studium auch schon in der damaligen Presse- und Rundfunkszene Wiens zu vernetzen. Die Wortwahl, dass sie den bekannten Lyriker etwas ins Auge fasste, zeugt von dem Überschwang, dass sie als junge, attraktive und künstlerisch beschlagene Frau die Welt jetzt offen steht. Drei Tage später schreibt sie erneut an ihre Eltern. Heute hat sich noch etwas ereignet. Der surrealistische Lyriker Paul Celan, den ich bei dem Maler Genet am vorletzten Abend mit Weigel noch kennenlernte und der sehr faszinierend ist, hat sich herrlicherweise in mich verliebt. Und das gibt mir bei meiner öden Arbeiterei doch etwas Würze. Leider muss er in einem Monat nach Paris. Mein Zimmer ist momentan ein Mondfeld, da er mich mit dieser Blumensorte zu überschütten beliebt. Celan hatte in Wien durch eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Plan auf sich aufmerksam gemacht und aus den Zeugnissen seiner Freunde Milo Dorr und Reinhard Federmann ist auch zu erkennen, dass sie ihn eine ganz bestimmte Form von poetischer Aura umgeben haben muss. Es ging wohl so etwas wie eine Phantasmagorie des verschwundenen Habsburger Reichs von ihm aus, ein verlorengegangener Charme. Doch Wien konnte für Celan keine Heimat sein. Dass die Hauptstadt der ehemaligen K&K-Monarchie das Lebensgefühl seiner am östlichsten Rand gelegenen Heimatstadt Tschernowitz urban und weltoffen fortsetzen könnte, erwies sich als Schimäre. Celan, der gerade erst dem Tod entronnene Jude, stieß auf die alten Nazi-Sprüche, auf die alten Ressentiments und wird es öfteren erlebt haben, wie sie hinter süßlich galanten Koserien am Wirtshaustisch plötzlich aufbrechen konnten. Obwohl er es sich anfangs anders vorgestellt hatte, blieb er nur ein halbes Jahr in Wien und der Entschluss, nach Paris zu gehen, stand bereits fest, als er Ingeborg Bachmann in der Wohnung des Malers Edgar Genet kennenlernte. Als einziges direktes Zeugnis jener sechs Wochen, die Bachmann und Celan in Wien miteinander verbrachten, existiert die Abschrift eines Gedichts, das Celan mit dem Datum 23. Mai 1948 seiner Geliebten widmete. In Ägypten Du sollst zum Aug der Fremden sagen, sei das Wasser. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser, Ruth, Noemi, Miriam. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. Du sollst zu Ruth und Miriam und Noemi sagen, seht, ich schlaf bei ihr. Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken. Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Miriam und Noemi. Du sollst zur Fremden sagen, sieh, ich schlief bei diesen. Dieses Gedicht ist so etwas wie ein Programmgedicht der Liebe zwischen Celan und Bachmann. Es wird noch sehr wichtig werden. Unterschiedliche Welten prallen hier aufeinander. Ruth, Noemi und Miriam sind alttestamentarische Namen. Es geht um das jüdische Exil. Im Alten Testament steht dafür konkret das Land Ägypten. Deshalb der Titel des Gedichts in Ägypten. Die Vornamen einer frühen Freundin Celans in Schernowitz lauteten tatsächlich Ruth, Noemi. Aber nicht nur dadurch lädt Celan das frühe ägyptische Exil seines Volkes mit seinen eigenen Erfahrungen auf. Er nennt im Duktus der Gebote Moses jüdische Frauennamen aus früherer verlorener Zeit und stellt ihnen jetzt in Wien die Fremde, die Nichtjüdin entgegen. Die Fremde, durch die Widmung konkret als Ingeborg Bachmann erkennbar, nimmt das Vermächtnis der jüdischen Freundinnen auf. Sie wird dadurch für Celan zum Zeichen der Hoffnung, zum Medium einer deutschen Sprache, die er sich jenseits des Massenmords an den europäischen Juden als seine Muttersprache neu erschreiben kann. Dass dies in Ingeborg Bachmann etwas auslöst ist unverkennbar. In ihrem Briefwechsel, der allmählich nach seinem Weggang nach Paris beginnt, werden die sechs gemeinsamen Wochen im Wiener Frühling schnell zu einem privaten Mythos. Ich werde gewiss nie mehr durch den Stadtpark gehen, ohne zu wissen, dass er die ganze Welt sein kann. Und ohne wieder der kleine Fisch von damals zu werden. Auch in Bachmanns Briefen an Hans Weigel tut sich etwas. Noch im Mai, er ist erst seit Kurzem in New York, hat sie ihm, dem so viel Älteren geschrieben. Ich habe jetzt ganz wirklich einen 40-jährigen Mann. Ach, ich bin sehr glücklich. Ich bin ganz verlegen, beinahe ein bisschen verliebt, obwohl mir das mit meinen Jahren nicht gut stehen kann. Hast du mich verstanden? Ich hab dich lieb. Platz sparen. Am 23. Juni aber, nur wenige Wochen später, hört sie sich schon ganz anders an. Und das hat sicher etwas mit ihrem Verhältnis zu Paul Celan zu tun und dem Bewusstsein, dass dieser nur noch wenige Tage in Wien sein wird. Jetzt schreibt sie an Weigel Ich hab immer das Gefühl, ich sink ganz tief hinunter, wie in einen Schlamm, aus dem man nicht mehr heraus kann, und weiß aber nicht, woher dieses beinahe schmutzige Tiefgefühl herkommt. Ich hab es sicher nur, weil ich von Zeit zu Zeit so erhöht leben kann, wo alles schön und leidenschaftlich genommen wird. Jetzt ist es eine große Abstoßung. Ich mag nichts an mich kommen lassen, obwohl ich ja gänzlich amoralisch bin, nur aus diesen dunklen existenziellen oder geistigen Dingen heraus. Ingeborg Bachmann ahnt, dass sie ihre Rollenspiele eines Tages vielleicht nicht mehr in den Griff bekommen könnte. Das amoralische, die dunklen geistigen Dinge, das wird zu etwas Leitmotivischem. Paul Celan rührte etwas an. Zu den atmosphärisch interessantesten Dokumenten aus dieser Zeit gehörte er auch in den Personenskizzen sehr nah an der Wirklichkeit orientierte Roman Internationale Zone, den Celans Freunde Milo Dor und Reinhard Federmann 1953 veröffentlichten. Er enthält ein kaum verhülltes Porträt Celans, der hier den rumänischen Namen Petre Margul trägt. Es war ein schöner Juniabend und ein leichter Luftzug umwehte Petre Margul, als er mit einem kleinen Handkoffer die Maria-Hilfer-Straße hinaufging. Er liebte keine Abschiedsszenen, darum hatte er Kyra gesagt, er werde erst morgen abreisen. Wahrscheinlich würde sie Blumen kaufen oder irgendein anderes kleines Geschenk, aber er würde nicht mehr da sein und es war besser so. Wenn sie ihn zum Abschied umarmt und mit ihrem dunklen warmen Blick angesehen hätte, wäre er vielleicht noch schwach geworden und hier geblieben, einer Beziehung ausgeliefert, die seine Entschlusskraft lähmte, ebenso sehr wie die bittersüße Atmosphäre der Fäulnis, die über dieser ganzen großen Tägen Stadt lag. Kaum war Hans Weigel mit dem Ingeborg Bachmann seit einem halben Jahr liiert war in die USA abgereist, begegnete sie also Paul Celan. Um eine feste Bindung oder gar um die Anbahnung einer Ehe war es zwischen Weigel und Bachmann nicht einmal im Ansatz gegangen. Damit entsprach ihre Beziehung durchaus einem Gegenwartsgefühl. Die Stimmung, in die die junge Generation nach 1945 in Wien hineinwuchs, hat Brigitte Eisenreich. Sie ging wie Celan früh nach Paris und wurde dort zu einer seiner Geliebten in ihrem Erinnerungsbuch Celans Kreidestern sehr genau beschrieben. Ganz allgemein könnte man bemerken, wie sehr die Nachkriegsjahre in Österreich zwar liebeshungrig, aber auch ziemlich frei in diesen Belangen waren. Das Kriegserlebnis, Not und Entbehrung, Entwurzelung, Völkerverschiebung hatten dazu beigetragen, die Grenzen zwischen den sozialen Klassen zu verwischen. Eine gewisse Entbürgerlichung war das Ergebnis, verbunden mit dem Wegfall, so mancher Schranken, aber auch eine Art verbaler Prüderie. Man hatte Angst vor Sentimentalitäten, man schwelgte nicht in Liebeserklärungen, man wusste von vornherein, dass alle Wörter unzureichend waren. Ingeborg Bachmann mit ihren durchaus konservativen und bildungsbürgerlichen Prägungen geriet in eine anarchisch anmutende Metropole hinein, in der zukünftige Strukturen noch nicht genau erkennbar waren und in der sie sich erst einmal Es ist nicht ohne Belang, dass sie zunächst bei dem christlichen Existenzialphilosophen Alois Dempf studierte und bei ihm über den Typus des Heiligen promovieren wollte. Im erster Veröffentlichung in Wien waren vier Gedichte, die im Frühjahr 1948 in der Zeitschrift Linkeus Dichtung Kunstkritik erschienen. Sie bewegten sich in einer lyrischen Tradition, die etwas schwerblütiges, jugendlich Hoffmannstalsches als Leitlinie hatte. Es könnte viel bedeuten. Wir vergehen, wir kommen ungefragt und müssen weichen. Doch dass wir sprechen und uns nicht verstehen und keinen Augenblick des anderen Hand erreichen zerschlägt so viel, wir werden nicht bestehen. Schon den Versuch bedrohen fremde Zeichen und das Verlangen tief uns anzusehen durchtrennt ein Kreuz uns einsam auszustreichen. Das Vergänglichkeitsmotiv Hoffmannstals wird hier so nahtlos aufgenommen, dass es wie eine Stilkopie wirkt. Dies ist der lyrische Hintergrund, vor dem sich für sie die Begegnung mit Paul Celan abspielt. Celans Gedichte folgten einem anderen ästhetischen Ideal. Bei Celan stieß sie auf eine sehr zeitgenössische Möglichkeit jenes hohen, ernsten, lyrischen Sprechens, nach der sie selbst suchte, aber dabei noch sehr traditionellen Schemata verhaftet war. Zudem stammte Celan aus einem fernen, orientalisch anmutenden Land, einem Märchenland mit Gesängen und Späßen, die etwas anderes anrührten. Später wird Celan in Texten Ingeborg Bachmanns in verheißungsvoll fremden Figuren aufscheinen, wie ein Prinz aus einer Landschaft der Sehnsucht. Kein Kontrast könnte größer sein, als derjenige zu jener Figur, die abrupt in Hans Weigels ziemlich melodramatischem Schlüsselroman unvollendete Symphonie aus dem Jahr 1951 auftaucht. Er ist plötzlich da gewesen, in unsere Runde eingebrochen, ein wüster Geselle und Rebell, laut, lärmend, unbekümmert, rücksichtslos. Weigel verarbeitet hier seine Affäre mit Ingeborg Bachmann und hinter dem neuen Mann in ihrem Kreis verbirgt sich eindeutig Paul Celan. Die gemeinsame Zeit in Wien blieb für Bachmann und Celan selbst so etwas wie ein Mirakel, eine Leuchtschrift, nicht genau zu entziffern. Es war eine gegenseitige Anziehung und Irritation und in den Momenten, in denen sie diese Atmosphäre später noch einmal evozierten, wird vor allem eine Ungewissheit deutlich, eine Unsicherheit. Ich weiß noch immer nicht, was der vergangene Frühling bedeutet hat. Notiert Ingeborg Bachmann Weihnachten 1948, ein halbes gelassen hat. Die 22-Jährige spricht mit verschiedenen Stimmen. Zum Teil spielt sie Theater, zum Teil probiert sie aus, welcher Ton zu ihr passen könnte. Und einige Monate nach der Begegnung mit Celan scheint sie sich zu fragen, ob darunter auch eine innere Stimme verborgen ist, die andere besser nicht hören sollten. Die Liaison mit Celan war jedenfalls nicht nur ein Geplänkel. Im Herbst 1950, zweieinhalb Jahre nach dem mythenbildenden Frühling gelingt es Bachmann trotz all ihrer finanziellen und zeitlichen Zwänge endlich zu Celan nach Paris zu fahren. Doch der Versuch eines gemeinsamen Lebens in Celans Hotelzimmer scheitert. Bachmann bezeichnet die Situation die strindbergisch und zieht nach einem Monat aus. Weil wir aus unbekannten dämonischen Gründen uns gegenseitig die Luft wegnehmen. Das schreibt sie an Hans Weigel, den sie letztlich doch auch als Halt begreift. Es ist frappierend, wie Bachmann ihre beiden Welten voneinander getrennt hält. Der Ton ihrer Briefe an Celan und Weigel scheint von zwei verschiedenen Personen zu stammen. Bei Weigel fühlte sie sich sicherer. Sie wusste, woran sie war. Sie konnte die ihr zugewiesene und von ihr bereitwillig eingenommene Rolle scheinbar souverän durchhalten. Bei Celan hingegen brach etwas durch, was sie sich wirklich erhoffte und was bei Weigel nicht denkbar war. Der reale Celan aber überforderte sie, wenn sie mit ihm konfrontiert war. Den mit Hans man sicher nicht für bare Münze nehmen. Aber ihr Rollenspiel ist geradezu virtuos. Ich will noch nicht sagen, dass es richtig war, hierher zu fahren. Er will mich heiraten, wenn er in einem Jahr die Staatsbürgerschaft bekommt, etc. Darüber wollen wir noch sehr schlafen. Du und ich, meine ich. Schreibt sie kurz nach ihrer Ankunft in Paris an Weigel und einige Tage später Aber auch das ist offenkundig nur eine Pose. Ein halbes Jahr, nachdem sie in Wien ihr altes Leben fortgeführt hat, schreibt sie wieder sehnsüchtig an Celan. Weißt du eigentlich noch, dass wir doch trotz allem sehr glücklich miteinander waren? Selbst in den schlimmsten Stunden, wenn wir unsere schlimmsten Feinde waren? Warum hast du mir nie geschrieben? Warum spürst du nicht mehr, dass ich noch zu dir kommen will, mit meinem verrückten und wirren und widerspruchsvollen Herzen, das ab und zu noch immer gegen dich arbeitet? Ich fange ja langsam zu verstehen an, warum ich mich so sehr gegen dich gewehrt habe, warum ich vielleicht nie aufhören werde, es zu tun. Ich liebe dich und ich will dich nicht lieben, es ist zu viel und zu schwer, aber ich liebe dich vor allem. Heute sage ich es dir, auch auf die Gefahr hin, dass du es nicht mehr hörst oder nicht mehr hören willst. Dieses Wechselspiel ist charakteristisch für Bachmann und es beginnt bereits sie zu überfordern. Sie zeigt sich zerrissen zwischen ihrem Leben in Wien, wo sie mittlerweile beim Rundfunk arbeitet, erste Erfolge verzeichnet und weiter das Glamour Girl spielt und der großen Sehnsucht nach dem, was Celan für sie verkörpert. Schon kurz nach ihrer Rückkehr nach Wien schreibt sie an Celan, allem Anschein nach ohne Maske. Es ist Ostermontag war, die mir aber sehr wichtig war, die mir fast wunderbar zu Hilfe gekommen ist. Denn ich wusste nicht mehr, wie ich es hier und wie ich es hier mir recht machen sollte. Der erste Fehler war, dass ich eine Woche mein altes Wiener Leben weiterspielte, genau so, als wäre nichts gewesen, dann plötzlich verzweifelt und hysterisch abbrach und nicht aus dem Haus wollte und dabei doch wusste, dass es so nicht immer bleiben könne. Celan aber, der auf seine Weise den älteren Mentor spielt, weist sie jetzt harsch zurück. Er wird geradezu zu einem Patriarchen. Du hast bisher mehr vom Leben gehabt, Inge, als die meisten deiner Altersgenossen. Keine der Türen ist dir verschlossen geblieben und immer wieder tut sich dir eine neue Tür auf. Du hast keinen Grund, ungeduldig zu sein, Ingeborg. Und wenn ich Geburte steht. Und sei nun ein wenig sparsamer mit deinen Ansprüchen. Doch je weiter entfernt Celan ist, desto verheißungsvoller wird die Utopie, die Bachmann in einem Leben mit ihm sieht. Zumal Hans Weigel überraschend eine andere heiratet, eine Schauspielerin. Im Spätherbst 1951 beginnt Bachmann immer offensiver, um Celan zu werben, und sie bietet ihm konkrete Unterstützung im deutschen Literaturbetrieb an. Celan schlägt sich immer noch mittellos in Paris durch und versucht verzweifelt für seine Gedichte einen deutschen Verlag zu finden. Sie denkt daran, trotz vieler Bedenken eine feste Stellung beim Radio anzunehmen. Für uns, wie sie sagt. Dabei leidet sie selbst zusehends am Kulturbetrieb. Bei allem äußeren Glitter spürt sie, dass Celan der Einzige ist, der mit ihr das Andere zu leben versuchen würde, wie sie es nennt. Celan reagiert zunächst lange gar nicht und lehnt dann brüsk ab. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und ich habe verloren. Was mit mir weiter geschieht, hat wenig Interesse für mich. Ich kann, seit ich aus Paris zurück bin, nicht mehr leben, wie ich früher gelebt habe. Ich habe das Experimentieren verlernt. Einen Pfeil hat sie aber noch im Köcher. Und das führt zu einer der berühmtesten und am meisten diskutierten Szenen der bundesdeutschen Literaturgeschichte. Bachmann weiß, dass sie sich bei ihren literarischen Ambitionen nicht allein auf Hans Weigel verlassen kann, ja, dass sie sich nicht nur auf Wien begrenzen sollte. In Deutschland hat sich für junge Autoren, die noch unbekannt sind und abseits der dort dominierenden konservativ weihevollen Formen schreiben, mittlerweile ein Forum gebildet, die Gruppe 47. Deren Chef Hans Werner Richter ist auf die Wiener Autorin Ilse Eichinger und ihren Roman Die Größere Hoffnung aufmerksam geworden. Er kommt nach Wien, um sie zur nächsten Tagung der Gruppe 47 einzuladen und bei dieser Gelegenheit ist auch Eichingers Freundin Ingeborg Bachmann mit von der Partie. Spontan lädt Richter sie ebenfalls ein und Bachmann versäumt nicht auch Paul Celan ins Spiel zu bringen. Zielsicher wirbt sie bei Celan mit literaturbetrieblichen Argumenten. Abgesehen davon wird es wichtigwürdig sein, weil die ganze deutsche Presse eingeladen ist, die Literaturleute der deutschen Sender etc., die sofort die besten Erzählungen, Gedichte etc. kaufen. Es gibt viele Legenden über den Verlauf dieser Tagung im Mai 1952 in Niendorf an der Ostsee. Die hartnäckigste davon ist, dass Celan in der Diskussion nach seiner Lesung durchgefallen sei, dass man über ihn sogar gelacht habe. Tatsache aber ist, dass er bei der Abstimmung über den Preisträger unter mehr als 20 Autoren immerhin Dritter wurde. Ganz so schlecht kann er also gar nicht abgeschnitten haben. Zudem erreichte er durch seinen Auftritt bei der Gruppe 47 tatsächlich das, was er vorher jahrelang vergeblich versucht hatte. Der Chef der deutschen Verlagsanstalt bot ihm noch in Niendorf einen Buchvertrag an. Celans berühmter Gedichtband Mohn und Gedächtnis erschien ein halbes Jahr später. Es kam bei dieser Tagung zu Szenen, deren literaturgeschichtliche Bedeutung keinem der Anwesenden bewusst wurde. Celan las gleich am Anfang seines Auftritts und im Publikum saß Ingeborg Bachmann, just jenes Gedicht, das er damals in Wien für sie unter dem Eindruck ihrer ersten Begegnung geschrieben hatte. In Ägypten. Du sollst zum Auge der Fremden sagen, sei das Wasser. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Auge der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser, Ruth, Noemi, Miriam. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Nur Ingeborg Bachmann wusste, dass mit dieser Fremden sie angesprochen war. Dass Celan es bei ihrer Wiederbegegnung unter völlig anderen Rahmenbedingungen in Niendorf vor unbekanntem Publikum an erster Stelle las, war ein vieldeutiges Zeichen. Denn die damals begehrte Fremde war für ihn nun auch zum Teil eines ganz anderen Fremden geworden, des deutschen Literaturbetriebs nämlich. Wenn Celan die jüdischen Frauen nahmen, Ruth, Noemi und Miriam aussprach, in einem für die bundesdeutschen Zuhörer ungewohnten sanglichen Ton aus der kulturellen Tradition des ehemaligen Habsburger Reichs, dann potenzierte sich das Fremdheitsgefühl noch. Daraufhin leistete sich Gruppenchef Hans-Werner Richter einen skandalösen Missgriff. Er war ein erwiesener Antifaschist und reagierte aggressiv auf alles, was er mit dem Nationalsozialismus verbannt. Jede Form von Pathos lehnte er ab und plädierte für einen kargen, sachlichen Realismus. Nur so ist es zu erklären, dass er die Art von Celans Vortrag, die ihm wegen des hohen Burgtheatertons überhaupt nicht gefiel, beim Mittagessen im Kreis seiner engsten Freunde polemisch mit dem Nazi-Propagandachef Josef Goebbels gleichsetzte. Zu den wenigen, die diese Ungeheuerlichkeit als eine solche wahrnahmen, gehörte natürlich Ingeborg Bachmann. Ihre eigene Lesung stand dann aus verschiedenen Gründen unter einem ganz besonderen Stern. Auf ihre Weise wollte sie den für die Öffentlichkeit verborgenen Dialog mit Celan fortsetzen und las Gedichte, die bald danach in ihrem Debüt die gestundete Zeit erschienen. Einige davon arbeiten sich mit wörtlichen Zitaten und Anspielungen an Celan ab, zeigen seinen Einfluss und ihre begierige Aufnahme seiner Bildersprache. Celans Gedicht Corona, das auf ihre gemeinsame Zeit in Wien zurückgeht und das man als Liebesgedicht an Bachmann lesen kann, spielt dabei eine besondere Rolle. Mein Auge steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten wir sehen uns an wir sagen uns Dunkles wir lieben einander wie Mond und Gedächtnis wir schlafen wie Wein in den Muscheln wie das Meer im Blutstrahl des Mondes Wie Orpheus spiele ich auf den Seiten des Lebens den Tod und in die Schönheit der Erde und deiner Augen in die der Himmel taucht weiß ich nur Dunkles zu sagen Dunkles zu sagen das gehört zum Geheimcode zwischen Celan und Bachmann als sie dieses neue Gedicht vor der Gruppe 47 lesen wollte brach ihr die Stimme es ist später viel darüber spekuliert worden was es mit dieser Lesung Bachmanns auf sich hatte man hat ihr unter anderem auch eine effektvolle Inszenierung ihrer sensibilität unterstellt dass sie ausgerechnet dieses Gedicht nicht mehr angemessen vortragen konnte hatte jedoch einen ganz anderen Hintergrund sie wollte Celan ihre Bindung an ihn deutlich machen aber er hatte ihr kurz zuvor eröffnet dass er seit einem halben Jahr mit Giselle de Lestrange liiert war einer Tochter aus der französischen katholischen Hocharistokratie die er heiraten wollte mit einem Schlag war die Celan Option zerstört die im Vorfeld dieser Tagung für Bachmann Sehr vielsagend ist wie Celan selbst seine Erfahrungen bei dieser Tagung einschätzte seiner Frau Giselle gegenüber zeigte er sich relativ zurückhaltend und vorsichtig ein Brief an seinen Wiener Freund Klaus Demos aber macht deutlich wofür er sich wirklich interessierte mein guter Klaus es ist so schwer zu sagen was ich von all dem halten soll es war aufregend und dennoch beinahe ganz ohne Niveau Inge hat mich wieder sehr enttäuscht sie hat mich nämlich wieder verleugnet und ist sogar so weit gebracht sich gegen mich ausspielen zu lassen ihre Gedichte nicht die meinen blieben die gültigen und sie ließ es sich lächelnd vor Glück gefallen als die Dichterin angesprochen zu werden und dieser Erfolg hat nun keineswegs rein literarische Ursachen und dann kam sie und fragte mich ob ich sie heiraten wolle und kam und bat mich um einen Titel für eines ihrer Gedichte das nun in der Literatur der Zeitung der Gruppe 47 erschienen ist ich fand diesen Titel ich griff eine ihrer Gedichtszahlen heraus und man beglückwünschte sie dazu sie nahm das an und freute sich vor meiner Abreise kam sie dann für einen Augenblick auf mein Zimmer spielte die völlig zerstörte und bettelte um ein Stückchen Zukunft ich schenkte es ihr ich war dort oben beleidigt worden Hans-Werner Richter der Inge nach Hamburg gebracht hatte sagte nämlich meine Gedichte seien ihm auch darum so zuwider gewesen weil ich sie im Tonfall von Goebbels gelesen hätte nach der Lesung der Todesfuge und so etwas muss ich erleben und zu so etwas schweigt Inge die mich zu dieser Reise mit veranlasst hatte Celans Stimmungen konnten sich rasch ändern nur wenige Tage später Celan hatte soeben eine erfolgreiche Lesung in einer kleinen Zimmergalerie in Frankfurt am Main absolviert war er wieder mit sich als Dichter und mit Ingeborg Bachmann als einer Geliebten im Reinen er schrieb an Klaus Demos Klauschen mein Brief war im Affekt geschrieben er war zum Teil ungerecht und dumm Inge hat Antel so gut Es dauerte dennoch fünfeinhalb Jahre bis sich Ingeborg Bachmann und Paul Celan wiedersehen sollten ingeborg und Paul bis zum Teil bis zum Teil Untertitelung des ZDF, 2020 Italien war für Ingeborg Bachmann ein erträumtes Land, eines, das für Entgrenzung stand, eine Verheißung jenseits des Kärntnerischen. Ein frühes Gedicht von ihr heißt Herbstmanöver. Und der Fluchtweg nach Süden kommt uns nicht wie den Vögeln zu statten. Vorüber am Abend ziehen Fischkutter und Gondeln und manchmal trifft mich ein splitter Traumsatten Marmos, wo ich verwundbar bin. Durch Schönheit im Auge. Vom 31. Oktober bis zum 2. November 1952 findet die Herbsttagung der Gruppe 47 statt. Und Ingeborg Bachmann, auf der Suche nach Alternativen zu ihrer Wiener Existenz, fährt wieder hin. Diesmal zur Burg Berlepsch bei Göttingen. Erneut ein Ort abseits der Großstädte und des Getümmels. Dort geschieht etwas, das ihr Leben in eine ganz neue Richtung lenkt. Oder besser gesagt in eine, die sie schon immer im Kopf hatte. Es erklingt eine Musik, die wir schon einmal gehört haben. Aber das ist lange her. Ich weiß nicht, wann und wo es war. Der Komponist Hans-Werner Henze, mit 26 Jahren genauso alt wie Ingeborg Bachmann und mit den jungen, zeitkritischen Literaten der Gruppe 47 künstlerisch verbunden, nimmt ebenfalls an der Tagung teil. Ich fuhr mit Hildesheimer aus München dahin, das war irgendwo im Hessischen. Und lernte sie dort kennen am selben Tage unter diesen anderen Schriftstellern unserer Generation, die dort waren. Und dachte, was ist das für eine tolle Person, wer ist das bloß? Und ich habe angefangen mit ihr zu sprechen. Und ich habe gesagt, sind Sie Lyrikerin oder schreiben Sie Romanen? Nein, ich schreibe Heimatromane. Und ich sage, Heimatromane, aber warum sind Sie dann hier? Als Beobachterin. Ich lehne die Asphaltliteratur ab. Und sie hat mich tatsächlich für eine ganze halbe Stunde oder Viertelstunde in dem Glauben gelassen, dass sie eine Heimatdichterin sei. Und ich fand das sehr komisch und merkte auch, dass das nicht ganz richtig sein konnte. Ich habe mich dann informiert, wusste dann ein bisschen später auch, wer es nun wirklich war. Aber ich war von ihr sehr begeistert. Noch während der Tagung der Gruppe 47 schreibt Henze eine Notiz an Ingeborg Bachmann. Liebes Fräulein Bachmann, ich sehe Sie nicht mehr. Montag früh fahre ich nach Köln. Wenn Sie wollen, nehme ich Sie mit. Werde nochmal anrufen. Ihre Gedichte sind schön und traurig. Aber die Idioten, selbst Leute, die so tun, als ob sie verstünden, verstehen nicht. Adieu, Ihr Harvey Henze. Wir hören die Musik wieder auf einer Insel. Diese Insel ist nicht sehr groß. Im Hafen kommt mittags ein Schiff an und bringt die Leute zurück, die am Vortag zur nächsten größeren Stadt ans Festland gefahren sind. Fräulein Bachmann fährt mit Henze nach Köln. Dass ihre Gedichte schön und traurig sind, wie es Henze empfindet, ist das Signal für ihr Bündnis. Beide interessieren sich in ihrer Kunst für Grenzüberschreitungen. Beiden geht es um die Beziehung zwischen Musik und Sprache. Der Komponist sucht nach den entsprechenden Worten, die Lyrikerin nach der entsprechenden Musik. Beide stehen im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Auf ihrem ureigenen Feld sehen sie sich dogmatisch erstarrten Neuerern gegenüber. Henze der Zwölftontechnik und im Kreis um die Darmstädter neue Musik, Bachmann der Ideologie des Kahlschlags. Deswegen lehnt sie die Altvorderen der Gruppe 47 ironisch als Asphaltliteraten ab. Es gibt auf dieser Insel zwölf Mann Wachmannschaft und fünfmal so viel Bewachte. Auch hier ist die Musik zu hören. Mittags, wenn die Sonne ergeben im Zenit steht. Beide sehnen sich nach Musik, beide sehnen sich nach Sprache. Und es gibt einen gemeinsamen Fixpunkt. Er liegt im Süden, im italienischen Süden. Beide wissen um ihren Abstand zu dieser Vision. Umso größer wird deren Anziehungskraft. Lasst uns eine Reise tun. Lasst uns unter Zypressen oder auch unter Palmen oder in den Orangenhänen zu verbilligten Preisen Sonnenuntergänge sehen, die nicht ihresgleichen haben. Lasst uns die unbeantworteten Briefe an das Gestern vergessen. Hans-Werner Henze hat erste Erfolge. Seine Oper Boulevard Solitude wurde bereits im Frühjahr 1952 in Hannover uraufgeführt. Und im Frühsommer 1953, ein halbes Jahr nach der Begegnung mit Bachmann, machte sich auf zur Insel Ischia im Golf von Neapel. Er will Abstand gewinnen. Von der Bundesrepublik der Adenauer Zeit. Mit dem untergründigen Fortwirken der nationalsozialistischen Prägungen. Abstand zum deutschen Kulturbetrieb. Zum deutschen Alltag. Dessen Zwänge erlebt Henze angesichts seiner Homosexualität umso deutlicher. Zunächst ist die Flucht in den Süden wohl nur für einige Monate geplant. Letztlich bleibt Henze jedoch endgültig in Italien. Kaum auf Ischia angelangt, beginnt er darum zu werben, dass Ingeborg Bachmann zu ihm auf die Insel kommt. Liebe Ingeborg Bachmann, natürlich ist es gefährlich, von Glück und zu viel Zuneigung begünstigt zu sein. Aber etwas Glück. Solches, das nicht aus intellektuellen Regenrinnen und nicht in intellektuelle Schlünder läuft. Etwas zarte Freude und Liebe. Vielleicht auf ganz kühler Erde und sehr fremd und keusch. Kleine Wunder von Schönheit und Reinheit. Das kann nur gut sein, wenn man arbeiten will. Gerade das gehört zu dem, was man aus der kommenden Zeit machen muss. Oh, hoffentlich verstehen Sie recht. Wenn Sie wüssten, wie schön ich es ihr habe. Diese Worte treffen sie in einer Situation, in der sie dazu bereit ist, alle Brücken abzubrechen und etwas ganz Neues anzufangen. Die Beziehungen zu Paul Celan und auch zu Hans Weigel sind beendet. Bei der Frühjahrstagung der Gruppe 47 in Mainz 1953 hat sie jedoch großen Erfolg gehabt. Sie bekam den begehrten Preis der Gruppe, hat einen Buchvertrag und entschließt sich jetzt, als freie Schriftstellerin zu leben. Ingeborg Bachmann folgt Hanses Ruf. Als sie ihr Kommen ankündigt, schreibt er ganz überschwänglich. Sie müssen sich zwingen, alles abzustreifen. Und auch keine Rückfälle zu haben. Aber jetzt keine Worte mehr. Telegrafieren Sie rechtzeitig, wann Sie ankommen. Ob in Porto Disquia oder in Forio. Beides ist von Neapel aus möglich. Am hübschesten aber ist es gegen 12.30 Uhr am Frachthafen, wo die Rote Backsteinkapelle ist, das kleine Boot Undine zu nehmen. Und zwischen Gemüse und schlecht gegen Zigarettenstummel und offenes Feuer geschützten Benzinkanistern unter rauen Seeleuten, wilden Piraten herüberzukommen. Wenig Bücher mitnehmen, sich nichts Besonderes vornehmen. Abwarten. Abwarten. Der große Pan lauert. Die ersten gemeinsamen Monate auf Ischia von August bis Oktober 1953 haben etwas Rauschhaftes. Bachmann schreibt das Hörspiel Die Zikaden. Henze komponiert die Musik dazu. Denn es sind noch immer die Schiffbrüchigen, die auf Inseln Zuflucht suchen. Man wird mir erwidern, es trägt sie doch ein weißes, mit fröhlichen Wimpeln besetztes Schiff herüber. Sie haben große, volle Koffer zur Hand. Sie sind barhäuptig und tragen bunte, flatternde Halstücher und an den Füßen luftige Sandalen. Und ich erwidere, man sieht es ihnen nur nicht an, dass sie schon ohne Kraft sind und am Ufer hinsinken werden, wenn keiner ihnen zusieht, mit geschlossenen Augen. Und dass sie Gott danken werden für ihre wunderbare Rettung. Das Hörspiel Die Zikaden umkreist eine südliche Insel als existenziellen Schicksalsort, als Ziel einer unmöglichen Sehnsucht. Es ist die Einsamkeit der 50er Jahre, eine Einsamkeit in der deutschen Sprache und der Versuch ihrer Aufhebung. Die konkrete Lebens- und Kunstgemeinschaft, die Bachmann und Henze auf Ischia versuchen, wird ästhetisch überhöht und in etwas Zeitloses überführt. Beide berauschen sich an der Kunst. Für Ingeborg Bachmann, die ihre ersten ernüchternden Erfahrungen mit Männern hinter sich hatte, muss die Anziehungskraft Henzes auch darin bestanden haben, dass seine Nähe etwas anderes versprach. Er schien als Homosexueller ein wunderbarer Kontrapunkt in ihrem Verhältnis zu Männern zu sein. Ihr Gedichtzyklus »Lieder von einer Insel« kündet davon. Er spielt mit dem Verhältnis von Sinnlichkeit, von Körper und Kunst. Und es ist die angestrebte, größtmögliche Form von Intimität, als Hans-Werner Henze diesen Gedichtzyklus auch vertont. Lieder von einer Insel Schattenfrüchte fallen von den Wänden, Mondlicht dünnigt das Haus und Asche erkallt der Krater, trägt der Meerwind herein. In den Umarmungen schöner Knaben schlafen die Küsten. Dein Fleisch besinnt sich auf meins. Es war mir schon zugetan, als sich die Schiffe vom Land lösten und Kreuze mit unserer sterblichen Last Mastendiensttaten. Nun sind die Richtstätten leer, sie suchen und finden uns nicht. Jedenfalls war sie eingetroffen und war auf der Piazza in Furio am Sonntag im August, das der Tag ist des heiligen Vitus, des heiligen Veit. Das ist das größte Fest von Furio, Vizkia. Und es war wirklich sehr schön, vielleicht ist es jetzt noch immer so schön, wie es damals war. Es war eine fast heidnische Festlichkeit mit sehr vielen Fackeln, sehr vielen Trommeln, sehr viel Musik und Frenessie. Und sie traf dort ein, als das Fest gerade angefangen hatte. Und sie hat wirklich geglaubt, dass Italien so ist oder Neapel so ist, dass da ein Fest stattfindet, das nie aufhört. Während sie im Lauf der nächsten Monate mit Hans-Werner Henze ein künstlerisch losgelöstes Dasein fernab des politischen und literarischen Alltags zu leben versucht, verselbstständigt sich in Deutschland ihr Image in der Öffentlichkeit. Der Preis der Gruppe 47 war nur der Auslöser dafür. Eine Pharma von ihr geht um. Das Bild einer lyrischen Diva entsteht, aus ihrer spezifischen Erscheinung, dem Changieren zwischen Schüchternheit und Koketterie. Beispielhaft für viele ähnliche Beschreibungen steht eine Aussage von Joachim Kaiser, einem der tonangebenden Kritiker bei der Gruppe 47. Wenn sie die sahen, dachten sie, das ist eine Dichterin. Dass sie natürlich, wenn sie was vorlas, immer mehr anfing zu hauchen und wie unter Tränen vorlasst. Und dass sie dann eigentlich jedes Mal die Manuskriptblätter hinfielen und von allen Seiten stürzten die Männer, um diesem armenscheuen Reh zu helfen, während die Frauen auch meine sagten, mein Gott, hat sie das nötig, immer diesen Zirkus machen und so, das gehört dazu. Entfremdung Auch wenn ihr die Stimme nicht versagt, jedes Wort scheint nach langem Zögern aus einem heftig umkämpften Inneren herauszukommen. Und diese Form des Vortrags entspricht wie traumwandlerisch den Inhalten. In seinen Erinnerungen beschreibt Hans-Werner Richter, der Chef der Gruppe 47, wie er Ingeborg Bachmann bei ihrem Kennenlernen in Wien erlebt hat. Ich sah sie an und sie sah mich an, aber ihre Augen sahen mich nicht, nahmen mich nicht wahr. Sie sahen etwas anderes, etwas, von dem ich nichts wusste und das ich nicht wahrnehmen konnte. Den Ausdruck ihrer Augen kann ich nicht beschreiben. Selbst wenn ich es wollte, ich könnte es nicht. Mir fehlen die Worte dafür. Ich hätte aufspringen und davon gehen können. Ich glaube, sie hätte es nicht bemerkt. Als sie zurückkam, und sie kam nach wenigen Minuten zurück, sprach sie wieder wie vorher, ganz selbstverständlich, so als sei nichts geschehen. Und das war ja auch nichts geschehen. Man hat diesen Blick vor sich, wenn man die seltenen, frühen Fernsehaufnahmen Ingeborg Bachmanns sieht. Natürlich passt das etwas diffuse Schwarz-Weiß-Ambiente dazu, das unruhige Flackern des Filmmaterials. Aber es ist vor allem das Aufeinandertreffen von etwas technisch-aggressivem und einer verletzlichen, nahezu hilflosen Person, die, um sich zu schützen, diese Verletzlichkeit offensiv auszustellen scheint. Das Objektiv der Kamera ist direkt auf das Gesicht gerichtet. Schon mit wenigen Silben überträgt sich eine ungeheure Spannung. Die dunklen Vokale, das kehlig-kärntnerische, scheinen sich aus ihrem kargen Umfeld mühsam an ein künstliches Tageslicht gerettet zu haben. Sie blickt dabei scheu in die Kamera, schlägt die Augen nieder, schaut die Kamera wieder an. Letztere wirkt dabei wie ein Einbringling, etwas Fremdes, von außen, das man nur widerwillig an sich heranlässt. Liebe, Sehnsucht, Vergeblichkeit. Die Rezensenten der beiden Gedichtbände Bachmanns 1953 und 1956 sind hingerissen. Das Bild der zarten, zeitlos zaubernden Lyrikerin wird der jungen Bachmann übergestreift. Ein schönes Mädchen, flirrend in der Bescheidenheit dessen, der noch nicht lange schreibt. Wolfgang Weihrauch, 1953. Das lyrische Jahr 1953-54 hat alle Aussicht, in die Literaturgeschichte einzugehen. Es hat uns einen neuen Stern am deutschen Poetenhimmel beschert. Günther Blöcker, 1954. Die höhere Einfachheit des Ausdrucks bezeichnet die Einweihung in einen höheren Modus der Welterfahrung. Einen Modus, der nicht mehr so stark von den Zufälligkeiten der zeitgenössischen Szenerie, sondern vom notwendigen, immerwährenden, urbildlich wahren bewegt ist. Hans-Egon Holthusen, 1958. Die Herren überbieten sich. Und dazu passt auch die Titelgeschichte im Wochenmagazin Der Spiegel vom August 1954. Auf dem Cover ein Foto der Autorin, in dem der zeitgenössische Existenzialismus sinnlich greifbar wird. Der Spiegeltext greift die damals virulente, konservative Modevokabel des unbehausten Menschen auf und beschreibt Bachmanns Lyrik raunend als Feindlichkeit der Zeit und Erlösung in Schlaf und Traum. Bachmann wird hochgelobt, hochgeehrt und fühlt sich missverstanden. Sicher, sie bezieht sich auf die Tradition eines hohen Tons in der Lyrik. Ihr eignet ein spezifisches Pathos. Aber wie Celan konfrontiert sie diese Prägungen mit den Erfahrungen der unmittelbaren Zeitgeschichte? Sie sieht sich keineswegs als Dichterin der Restauration, des Zeitlosen, eines urbildlich Wahren. Sie beschreibt auch die Ausweglosigkeit aus der Geschichte, das Fortleben des Nationalsozialismus, die Entfremdung im sich rasch entwickelnden Nachkriegskapitalismus. Bachmanns Verhältnis zu ihrer Zeit drückt sich in einem Gedicht wie »Alle Tage« geradezu exemplarisch aus. Ein Gedicht, das die jubelnden Rezensenten lieber ausließen. Alle Tage. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern, der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. In einem Brief an Hans-Ferner Henze schreibt sie, überfordert von ihrem Rang, wenn sie gleichzeitig als früher Popstar und als hochtönende, lyrische Diva gehandelt wird. Ich bin so müde, leer und verletzt wie ein Tier im Wald, das den Schatten sucht und sich versteckt, bis es geheilt ist. Ingeborg Bachmann hat viele Brücken abgebrochen. Sie hat ihren gewohnten Alltag hinter sich gelassen, privat und beruflich. Hans-Ferner Henze hat es ihr ermöglicht, wie selbstverständlich im Sehnsuchtsland Italien anzukommen. Und dass er schwul ist, scheint zunächst auch eine Entlastung zu sein. Der Theaterdramaturg und Übersetzer Moshe Kahn, der in Rom lebte, hat Ingeborg Bachmann vom Ende der 60er Jahre bis zu ihrem Tod oft getroffen und erkennt diese Konstellation. Das hat sie sehr geliebt. Damals habe ich ja noch wirklich gut ausgesehen. Und das hat sie schon sehr geliebt. Und das hat großen Eindruck auf sie gemacht. Aber sie war auch glücklich. Oder wenn wir so gemeinsam durch die Straßen von Rom gehen konnten oder zu solchen Veranstaltungen wie Hochzeiten gegangen sind, dass sie da jemanden an der Seite hatte, mit dem sie beeindrucken konnte. Das fühlt man, wenn sie sich bei mir einhakte und mich dann so gegen sich presste, wortlos, da wusste man natürlich, dass es ein angenehmes Gefühl für sie gewesen sein muss. Später hat man mir das dann so gedeutet, dass Frauen insgesamt eigentlich sehr gerne in der Gesellschaft von Homosexuellen, die nicht gerade sturzblöd sind, verbringen als in der Gesellschaft so genannter normaler Männer. Warum? Weil sie sich viel beschützter fühlen und trotzdem ihre ganze Interessensbreite mit denen diskutieren konnten, ohne befürchten zu müssen, dass hinterher mal auf ihrem Po geklatscht wird oder die Hände mal auf den Schenkel gelegt werden und so weiter. Ich glaube, es gab auch bei ihr und Hans-Werner Henze nie dieses Thema. Sie wusste einfach, der ist schwul und sie verzehrte sich aber nach ihm. Er war ja ihr Prinz. Das hat sie ja auch dem armen Max Frisch gesagt. Du bist mein Geliebter, aber der ist mein Prinz. Nur war das die falsche Wahl. Und sie hat sich da in etwas hineingesteigert, weil sie dachte, ach, vielleicht durch Geduld und durch die Gleichartigkeit der Interessen, der künstlerischen Interessen könnte das vielleicht etwas werden. Aber ich spekuliere hier. Für uns war es nie ein Thema. Ingeborg Bachmann will sich auch unabhängig von Henze in Italien niederlassen. Sie sucht sich in Rom eine eigene Wohnung. Aber manchmal holen sie ganz andere Fragen wieder ein. Im Frühling 1954 bringt Ilse Eichinger, mit der sie jahrelang im dritten Wiener Bezirk um die Häuser gezogen ist, ihr erstes Kind zur Welt. Bachmann schreibt ihr sofort, gratuliert ihr. Aber sie gesteht, Manchmal ist meine Sehnsucht größer nach der kleinen Krebsigkeit als nach euch. Und das versteht ihr hoffentlich auch. Nach den Fingern und nach dem Schreien und allem, was rosig ist. Ich möchte es ganz vehement und zart halten und nur anschauen. Und manchmal könnte ich auch heulen, weil ich das Gefühl habe, dass ich nie eins haben werde. Und weil am Horizont absolut kein Licht auftaucht, dass es anders werden könnte mit dem Alleinsein und seiner Fatalität. Sie treibt das Gefühl um, dass sie nie ein Kind haben würde. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt und hat ein charakteristisches Problem damit, sich selbst zu beschreiben. Sie ist in der literarischen Öffentlichkeit äußerst berühmt, weiß aber nicht, wie sie damit am besten umgehen könnte. Sie führt das Leben einer emanzipierten Frau ohne das Wort dafür zu kennen und eine konkrete Vorstellung davon zu haben. Dass es für sie nie zu einer dauerhaften Verbindung mit einem ebenbürtigen Mann kommt, scheint darin eine Erklärung zu finden. Zentrale literarische Texte Bachmanns, die beiden Gedichtbände, vor allem auch das 1957 geschriebene Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan«, umkreisen dieses Problem. Das Changieren zwischen der Sehnsucht nach Bindung und dem Willen zum Freisein und die damit verbundene Absolutsetzung der Liebe. In der gute Gott von Manhattan müssen die Liebenden umkommen, weil sie sonst nicht gewesen sind. Der unbändige Wunsch nach Freiheit, den sie immer wieder bekundete, ließ sich in der Realität nicht genau konturieren. Die Freiheit einer selbstständig lebenden Frau war in den 40er und 50er Jahren gesellschaftlich nicht vorgesehen. Auf diesen Widerspruch stieß Ingeborg Bachmann zwangsläufig immer wieder. Und das macht das spezifisch Flirrende ihrer Lebensführung und ihrer Äußerungen aus. Erstaunlich viele ihrer Texte lassen erkennen, dass sie mit ihnen unterschiedliche Selbstbilder ausprobiert, die diesen besonderen Herausforderungen entsprechen. Schon ihre ersten erhaltenen Texte zeigen, sie war schon früh eine Spielerin. Sie spielte mit Erfahrungen und Erlebnissen aus ihrer Biografie und später umso intensiver mit den Erwartungshaltungen der Öffentlichkeit. Sie spielte mit sich selbst um die Einzelheiten ihres Lebens und setzte sie immer wieder neu zusammen. Im Frühjahr 1954 überredete sie Hans-Werner Richter, eine Tagung der Gruppe 47 in Italien abzuhalten. Sie suchte dafür das Cap Circeo, etwa 100 Kilometer südlich von Rom aus. Das war durchaus ein Coup von ihr, denn dieser Ort schien ihr vollkommen zu entsprechen. Hier bezirzt die magische Figur Circe aus Homers Odyssee die Seefahrer durch ihre betörende Ausstrahlung. Ihre Verführungskünste sind berüchtigt. Wenn ihre Opfer ihr erlegen sind, werden sie allerdings in Schweine verwandelt. Man kann das Cap Circeo durchaus als eine irritierende Selbstinszenierung des Gruppe 47-Mitglieds Ingeborg Bachmann begreifen. Ein ironisches Spiel damit, dass sie für etliche männliche Mitglieder der Gruppe längst schon eine Art Zirze-Phantasmagorie darstellte. Bachmanns erster Haltepunkt in ihrer freischwebenden Existenz nach dem Weggang aus Wien ist zwar das Inseldasein in Italien, aber sie ist auch sehr viel unterwegs. Sie unternimmt Lese- und Geschäftsreisen. Ab Anfang 1954 mietet sie auch nacheinander verschiedene Zimmer in Rom und versucht durch Korrespondentenbeiträge für Zeitungen und das Radio Geld zu verdienen. Auf die Dauer funktioniert das Zusammenleben mit Henze doch nicht so komplikationslos, wie es die große künstlerische Utopie anfangs zu verheißen schien. Die ersten Monate auf Ischia wirken jedoch im Nachhinein wie ein Traum. Es kommt zu ekstatischen, gemeinsamen, künstlerischen Erfahrungen, die auch erotische Entgrenzungen in sich zu bergen scheinen. Mit der Zeit erweisen sich aber die Temperamente und die Lebensvorstellungen als weitaus unterschiedlicher, als zumindest Henze es annahm. Er beginnt sich über Bachmanns Traurigkeiten zu beklagen, ihr Unglücklichsein, ihr Leiden. Und er möchte sich gegen Bachmanns depressive Zustände durch unentwegte künstlerische Produktion immunisieren. In einem Brief vom Juli 1956 zeigt er sich eifersüchtig. Ich kann dich nicht leiden sehen. Es tut mir sehr weh und macht mich wütend. Vor allem gegen mich selbst. Ich dachte auch über deinen Gast nach. Ich weiß seinen Namen nicht. Der mir gegenüber ein etwas komisches, feindseliges Verhalten an den Tag legte und sich dir gegenüber als Beschützer aufspielte. Aber er scheint ein netter Kerl zu sein. Und wenn ich mich nicht täusche, auch intelligent. Ich weiß nicht, ob es sehr geschmackvoll war, als er dich in meiner Gegenwart streichelte und dir ins Ohr flüsterte. Aber was macht das schon? Sicher, ich habe nie in deiner Gegenwart mit jemandem geflirtet. Henze möchte Bachmann für sich haben, für die künstlerische Gemeinsamkeit. Er will sie sogar heiraten. Doch es soll in erster Linie eine Ehe sein, die sich ganz und gar der Kunst verschreibt. Seine verschiedenen Liebhaber stehen dabei auf einem ganz anderen Blatt. Henze ist ungestüm und rigoros. Er erlebt künstlerische Erfolge, erfährt internationale Anerkennung. Aus London schickt er Ingeborg Bachmann das Porträt eines Knaben von Giovanni Bellini und schreibt auf die Rückseite Aus Zeitmangel sende ich dir diese Karte mit einem Bildnis der Bachmann. Ist die Ähnlichkeit nicht verblüffend? Er spielt mit ihrer erotischen Anziehungskraft, gerade auch für ihn. Und tatsächlich kokettiert sie in dieser Zeit oft mit androgynen Erscheinungsformen und hat auffällig kurze Haare. Aber als Bachmann sich ernsthaft überlegt, aus finanziellen Gründen dauerhaft nach München überzusiedeln, wegen einer Stelle beim Bayerischen Rundfunk, da reagiert Henze wie ein zürnender Gott aus den antiken Mythen, wie der große Pan. Du bist nicht gemacht für den Wartesaal zweiter Klasse im Bayerischen Rundfunk, umgeben von scheißintellektuellen Kretins und nicht für das Café Luitpold. Du musst auf steinigen Pfaden, aufgezäumt auf Maulesel, schwing die Peitsche zwischen den eisigen Blicken von Eidechsen und Kräutersammlern gegen den Morgenstern zu. So musst du auf das Unvermutete zureiten. Henze vertont Bachmanns Lieder von einer Insel und Bachmann schreibt für seine Ballettpantomime »Der Idiot« nach Dostoyevsky den Monolog des Fürsten Mischkin, der auch den Schlusspunkt ihres Gedichtbands »Die gestundete Zeit« setzt. Sie verfasst für ihn das Libretto zu einer Oper nach Heinrich von Kleists Drama »Prinz Friedrich von Homburg« und Henze bestürmt sie ständig mit neuen Ideen zu Opern-Libretti. Wenn er die absolute Vorrangstellung der Kunst einfordert, verlangt er von Bachmann auch, sich nicht nur der Kunst, sondern auch seinen Vorstellungen davon unterzuordnen. Zum Beispiel auch das Libretto »Der junge Lord«. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer es war, dieses Libretto aus ihr heraus zu... Mit fürchterlichsten, repressiven Methoden musste ich arbeiten. Nicht mehr grüßen oder einschließen oder wütend sein oder was weiß ich, oder mit Geschenken überholfen, nur um einen kleinen Dialog zu kriegen. Gut, es ist ein wirklich ein sehr schönes Libretto geworden, das ist klar. Sehr schön, aber wie schwer es ist doch gewesen, das herauszukriegen. Es hat sehr lange gedauert. Ich schrieb schon dauernd und dann musste ich sie immer wieder zwingen. Und dann versprach sie, bis morgen diese drei Zeilen zu machen. Nichts. Eine Woche musste ich warten. In seiner künstlerischen Absolutheit agierte Henze durchaus wie ein fordernder Mann und vermutlich unterschied er sich dabei gar nicht so sehr von den vertrauten Rollenbildern. Der Übersetzer Mosche Kahn, der Bachmann und Henze sehr gut kannte, weiß darum. Also er war da nicht herrisch in dem Sinn, dass er bestimmt hätte, so jetzt wird das so und so gemacht. Nein, in der Form war das nicht. Aber ich glaube, wir wussten alle, dass wenn er eine Feststellung traf, dass wir die nicht infrage stellen konnten. Ein Geschrei aus trockenen Kehlen brach los. Eine Musik, könnte ich auch sagen. Ein wilder, frenetischer Gesang, der vom Hügel herunter über den Weg und zum Meer stürzte. Wir blieben stehen und sahen einander erschrocken an. Denn die Zikaden waren einmal Menschen. Sie hörten auf zu essen, zu trinken und zu lieben, um immerfort singen zu können. Auf der Flucht in den Gesang wurden sie dürrer und kleiner und nun singen sie an ihre Sehnsucht verloren, verzaubert, aber auch verdammt, weil ihre Stimmen unmenschlich geworden sind. Auffällig ist, bereits in ihrem Hörspiel die Zikaden umkreist Bachmann die Kehrseite der absoluten, zurückgezogenen, künstlerischen Existenz, die Isolation. Sie fährt immer öfter weg aus Italien. Die Beziehung zu Henze klärt sich und in einem Briefentwurf an ihn spricht sie im Frühjahr 1957 von etwas völlig Neuem. Etwas sagt mir, dass du mich verstehen wirst, diese ungewöhnliche Entscheidung, die mich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer von hier wegführt. Es sind viele, viele, und das ist das andere Ende der Welt. Es ist nicht nur Leidenschaft, die mich zu dieser Entscheidung treibt, sondern viel mehr. Und wenn du willst, mehr als Leidenschaft. Aber in sich ein Begreifen der Lehre, die ich erlitten habe und die ich künstlerischer leide. Wenn ich heute gehe, bitte ich dich nur um eine Sache. Im Falle meiner Rückkehr, mich nichts zu fragen und für mich da zu sein und mich zu fragen, ob ich den Tee nachher oder später trinken will und mir die Zyklamenfarbe aufzubewahren. Liebe dunkler Erdteil, Der schwarze König zeigt die raubten Nägel, zehn blasse Monde jagt er in die Bahn und er befiehlt den großen Tropenregen. Die Welt blickt dich vom anderen Ende an. Es zieht dich übers Meer an jene Küsten aus Gold und Elfenbein an seinen Mund. Dort aber liegst du immer auf den Knien und er verwirft und wählt dich ohne Grund. Ich liebe dich noch, aber ich werde das immer tun. Aber es ist eine andere Liebe, eine, die Zweifelssorge nicht kennt, rein und brüderlich. Und da gibt es etwas anderes, das zerstört und zerstörerisch ist, alles oder nichts in sich dazu angetan, mich einmal wissen zu lassen, was ich wert bin und was ich nicht wert bin. Und ich bin es, Hans, ich allein, die die Dinge so auf die Spitze treibt, denn die Männer sind Feiglinge. Es ist merkwürdig, dass ich vor kurzem etwas über diesen dunklen Erdteil geschrieben habe und nun gehe ich wirklich dorthin und ich fühle diesen alten, starken Mut. Lieder von einer Insel Wenn einer fortgeht, muss er den Hut mit den Muscheln, die er Sommer über gesammelt hat, ins Meer werfen und fahren mit wehendem Haar. Er muss den Tisch, den er seiner Liebe deckte, ins Meer stürzen, er muss den Rest des Weins, der im Glas blieb, ins Meer schütten, er muss den Fischen sein Brot geben und einen Tropfen Blut ins Meer mischen, er muss sein Messer gut in die Wellen treiben und seinen Schuh versenken, Herz, Anker und Kreuz und fahren mit wehendem Haar. Dann wird er wiederkommen. Wann? Frag nicht. Durch die Begegnung mit Henze begann die Musik Ingeborg Bachmanns Texte und ihre Ästhetik stärker als zuvor zu prägen. Im Januar 1956 besuchte sie zusammen mit Henze die Generalprobe zu Verdi's La Traviata in der Mailänder Skala mit Maria Callas in der Hauptrolle. Die Begegnung mit dieser Jahrhundertmusikerin hinterließ bei Bachmann vielfältige Spuren. Callas wurde für sie als Künstlerin und als Frau zu einer großen Projektionsfläche. In einem Entwurf mit dem Titel Hommage a Maria Callas, der zu Lebzeiten nicht veröffentlicht wurde, wird das Weibliche selbstbewusst akzentuiert. Sie hat nicht Rollen gesungen, niemals, sondern auf der Rasierklinge gelebt. Econatista. Sie ist die einzige Person, die rechtmäßig die Bühne in diesen Jahrzehnten betreten hat, um den unten erfrieren, leiden, zittern zu machen. Sie war immer die Kunst, ach die Kunst, und sie war immer ein Mensch, immer die Ärmste, die Heimgesuchteste, die Traviata. Sie war der Hebel, der eine Welt umgedreht hat, zu dem Hörenden. Man könnte plötzlich durchhören, durch Jahrhunderte. Sie war das letzte Märchen. Es ist sehr schwer oder sehr leicht, Größe anzuerkennen. Die Callas, ja, wann hat sie gelebt, wann wird sie sterben, ist groß, ist ein Mensch, ist unvertraut in einer Welt der Mediokrität und der Perfektion. und der Perfektion. Sie war das letzte Märchen. Und der Perfektion. Größe in einer Welt der Mediokrität. Damit beschäftigte sich die Schriftstellerin zu jener Zeit selbst. Sie wurde auf diese Fragestellung zwangsläufig gestoßen. Dass die Welt der Mediokrität auch eine der Perfektion sein kann, erfuhr Bachmann bei ihren ersten Begegnungen mit den Medien. Und das Schauspiel, die große Oper, die Rollen- und Maskenspiele, das lieferte überwältigende Identifikationsangebote. Ingeborg Bachmann hielt schon früh ihre verschiedenen Leben sorgsam voneinander getrennt. So fällt im gesamten Briefwechsel mit Hans-Werner Henze der Name Paul Celan kein einziges Mal. Was sie im Innersten umtrieb, schien völlig anderen Welten anzugehören, als das, was sie auf den vielen Reisen in dieser Zeit Mitte der 50er Jahre unternahm. Im Sommer 1955 hielt sie sich als Teilnehmerin eines internationalen Seminars der Harvard Summer School of Arts and Sciences and of Education in den USA auf. Die Einladung kam von dem bekannt eitlen Henry Kissinger, mit dem sie auch danach noch sporadisch in Kontakt blieb und einige belanglose Briefe wechselte. Weitaus wichtiger jedoch war, dass sie hier den französischen Journalisten Pierre Evra kennenlernte, mit dem sie eine ihrer geheimnisvollsten Liebesaffären verband. Sie überdauerte viele Jahre, verschwiegen und verheimlicht. Schon kurz nach dem USA-Aufenthalt fuhr sie nach Paris, um Evra zu treffen, reiste aber früher als erwartet wieder ab, wegen der Weihnachtstrostlosigkeit, wie sie in einem Brief erklärte. Anfang 1956 fand sie sich in Rom in einer neuen Ungewissheit wieder, blieb von Februar bis August bei Henze in Neapel und wollte dann wieder nach Paris fahren, was durch eine längere Krankheit aufgeschoben wurde. Erst im Herbst war sie wieder dort. Sie wohnte in einem Hotel, das direkt an der Place de la Contre Scarpe lag, der Gegend des Quartiers Latin, in der sich Paul Celan oft aufhielt. Sie traf ihn jedoch nicht. Und auch die Beziehung mit Pierre Evra war offenkundig nicht auf Dauer angelegt. Sie schrieb in diesen Tagen ein enigmatisches Gedicht mit dem Titel Hotel de la Paix. Hotel de la Paix. Die Rosenlast stürzt lautlos von den Wänden und durch den Teppich scheinen Grund und Boden. Das Lichtherz bricht der Lampe, dunkel Schritte. Der Riegel hat sich vor den Tod geschoben. Nach ihren zwei frühen Gedichtbänden hat Ingeborg Bachmann nie mehr einen Band mit Lyrik veröffentlicht. Von daher zählt Hotel de la Paix zu den erratischen, solitären Gedichten, die für sich stehen und eine ausgesetzte, existenziell gefährdete Situation evozieren. Doch die scheinbaren Metaphern sind keine Metaphern. Das Gedicht bezieht sich auf konkrete, unmittelbare Erfahrungen. In einem Brief an Ilse Eichinger vom 13. November 1956 heißt es, Ich schreibe im Café, obwohl ich das wenig mag, weil die Heizung nicht funktioniert heute. Aber sonst ist das Hotel nett. Teppich auf schiefen Treppen bis zum zweiten Stock, dann gerade Treppen, aber keine Teppiche mehr. Ich bin im fünften. Das Zimmer ist noch etwas kleiner, als man glaubt. Mit Rosenbüscheln auf der Tapete und drei rot im Teppich und noch zwei anderen auf der Bettdecke. Petsi, der Bär, sitzt entgeistert auf der Zentralheizung darüber und der Bubi im Steireranzug schmückt ein Bücherregal, in das keine Bücher passen. Ihm zur Seite des Schneetreiben. Es ist so grau hier, viel grau, und die Tage kommen kaum hervor. In diesem Teil des Quartiers Latins sieht es wie in einem Dorf aus, aber wie in einem sehr gemischten. Am ersten Abend war ich vis-à-vis in einem Café, in dem lauter Algerier waren, und Abendessen ums Eck in einem Antillen-Restaurant, das ganz eng und verlassen war, aber ein paar Kreolen haben in der Küche gesungen. Viele erkaufen hier die Freiheit mit Verlassenheit. Es gibt keine Lösung. Ingeborg Bachmann war 30 Jahre alt, ohne feste Bindung und trotz eines mittlerweile illustren Namens immer in finanziellen Nöten. Ihre Erzählungen, die einige Jahre später unter dem Titel »Das 30. Jahr« erschienen, haben viel mit dem unsteten Leben, mit dem scheinbar ziellosen Hin- und Herreisen, mit oberflächlichen oder nicht lebbaren Liebesbeziehungen zu tun. Sie beschreiben in sprachlich aufgefächerter Weise das Grundgefühl der Autorin um ihren 30. Geburtstag herum. Untertitelung des ZDF, Ein Jahr später, im Oktober 1957, geschieht etwas völlig Unerwartetes. Ingeborg Bachmann nimmt an einer Tagung in Wuppertal teil, die sich ein recht komplexes Thema gestellt hat. Literaturkritik kritisch betrachtet. Sie weiß nicht, dass zu dieser Tagung auch Paul Celan angereist ist. Sie hat ihn seit jenem Schock bei der Gruppe 47 fünf Jahre zuvor nicht mehr gesehen. Umso heftiger ist die Wiederbegegnung. Im 2009 veröffentlichten Briefwechsel zwischen Bachmann und Celan wird vermerkt, dass die beiden in der Nacht des 14. Oktober nach der Tagung in Wuppertal ein Hotelzimmer in Köln mieten, mit der Adresse am Hof. Es gibt ein Gedicht Celans, das diesen Titel trägt und das er einige Jahre später für eine Fernsehaufzeichnung gelesen hat. Es scheint in seiner Vortragsweise aus einer anderen Zeit herüberzuragen. Köln am Hof, Herzzeit, es stehen die Geträumten für die Mitternachtsziffer. Köln am Hof, Herzzeit, es stehen die Geträumten für die Mitternachtsziffer. Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg, einiges ging seiner Wege. Verbannt und verloren waren daheim. Ihr Dome, ihr Dome ungesehen, ihr Ströme unbelauscht, ihr Ohren tief in uns. Das Wort Herzzeit, das erste Wort des Gedichts, setzt den gewohnten Ablauf der Zeit außer Kraft und entwirft eine neue, eigene Zeit, eine Kernzeit. Dafür steht die Mitternachtsziffer. Sie pendelt zwischen zwölf Uhr und null Uhr hin und her, zwischen Ende und Anfang. Hier steht die Zeit still. Und in diesem Moment geschieht etwas, was jenseits der üblichen Wahrnehmung und Welterfahrung steht. Es ist die Wahrheit der Literatur. Verbannt und verloren waren daheim. Verloren, das ist eine Selbstcharakterisierung Ingeborg Bachmanns, die in ihren Texten wie leitmotivisch auftaucht. Und verbannt, das bezeichnet das Lebensgefühl Celans, des exilierten osteuropäischen Juden. Verbannt und verloren. Es war die Vision, dass die beiden Dichter, die sich aus dämonischen Gründen, wie Ingeborg Bachmann einige Jahre zuvor erkannt hatte, gegenseitig ausschlossen, dass diese Solitäre doch zusammengedacht werden konnten. Das Gedicht Celans hat einen hymnischen Ton. Es zeugt von einem Augenblicksglück. Das so unterschiedliche, aber doch auch gemeinsame Schicksal hatte zwei Versprengte zusammengeführt. Celan schickt Bachmann fast jeden Tag ein neues Gedicht sowie glühende Liebesbriefe nach München. Das Verhältnis der beiden scheint sich umzukehren. Jetzt ist es Celan, der Bachmann mit Liebesbekundungen überhäuft. Bachmann hingegen reagiert vorsichtig, ja überfordert. Paul, vor zehn Tagen ist dein erster Brief gekommen. Seither will ich jeden Tag antworten und versäume es über dem stundenlangen verzweifelten Sprechen mit dir. Welche Abkürzungen muss ich in dem Brief jetzt nehmen? Wirst du mich trotzdem verstehen? Ich bin dir dankbar, dass du deiner Frau alles gesagt hast, denn es ihr ersparen, hieße doch, schuldiger werden. Auch sie verringern. Weil sie ist, wie sie ist und weil du sie liebst. Aber ahnst du, was ihre Hinnahme und ihr Verstehen für mich bedeuten? Und für dich? Du darfst sie und euer Kind nicht verlassen. Du hast mir gesagt, du seist auf immer versöhnt mit mir. Das vergesse ich dir nie. Muss ich jetzt denken, dass ich dich wieder unglücklich mache? Wieder die Zerstörung bringe? Für sie und dich? Dich und mich? Dass man so verdammt sein sollte, kann ich nicht begreifen. Ich habe nicht mehr gehofft, freigesprochen zu werden. Zu welchem Ende? Ingeborg. Celan ist vom 7. bis 9. Dezember 1957 in München. Dann wieder am 28. und 29. Januar sowie am 7. Mai 1958. Aber kein Drehbuchschreiber hätte es effektvoller erfinden können. Am 19. November 1957 zieht die Familie Celan um in ihre erste eigene, unabhängig von Gisels Familie, bewohnte Wohnung. Eine 4-Zimmer-Eigentums-Wohnung in der Rue de Longchamp. Mitten in der am heftigsten lodernden Phase der Beziehung Celans zu Ingeborg Bachmann. Sie aber weiß, dass ein Leben mit Celan im Alltag nicht möglich ist. Sie möchte das Ganze auf eine andere Ebene überführen und bahnt eine freundschaftliche Beziehung zu seiner Frau Giselle an, die auch nach Celans Tod 1970 noch weiter besteht. Bachmann reist, und es gibt mehrere Gründe dafür, nach Paris. Im Sommer 1958 finden einige klärende, abschließende Treffen mit Celan statt. Das letzte am 2. Juli. Und wenn sie davon an Hans-Werner Henze schreibt, fällt auf, wie schnell sich der Ton ändert. Ich fahre morgen hier weg, weil es nicht mehr geht, weil ich nicht mehr kann und weil die Arbeit auch derart unter allem leidet, dass es untragbar ist. Und ich könnte dir jetzt eigentlich mit diesem Brief sagen, dass ich komme, aber ich kann es nun doch wieder nicht, oder jedenfalls erst in etwa 2 Tagen, wenn sich etwas für mich sehr Wichtiges entschieden hat. Das sehr Wichtige, das sich für Ingeborg Bachmann hier entscheiden soll, nimmt am 3. Juli seinen Anfang. Am Tag zuvor haben Celan und sie ihre Liebesbeziehung endgültig ad acta gelegt. Am 3. Juli beginnt Bachmann eine Liaison mit Max Frisch. Er ist zur Aufführung zweier seiner Theaterstücke nach Paris gereist. Der Sprung vom 2. zum 3. Juli 1958 von den zermürbenden letzten Gesprächen mit ihrer unmöglichen Liebe Paul Celan zu dem durchaus berechnenden Hals über Kopf mit Max Frisch, dies gehört zu den großen Rätseln um Ingeborg Bachmann. Zermürbenden Zermürbenden Erklär mir, Liebe. Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind. Dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan. Dein Herz hat anderswo zu tun. Dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein. Das Zittergras im Land nimmt überhand. Sternblumen bläst der Sommer an und aus. Von Flocken blind erhebst du dein Gesicht. Du lachst und weinst und gehst an dir zugrund. Was soll dir noch geschehen? Erklär mir, Liebe. Der Pfau in feierlichem Staunen schlägt sein Rad. Die Taube stellt den Federkragen hoch. Vom Gurren überfüllt dehnt sich die Luft. Der Entrich schreit, vom wilden Honig nimmt das ganze Land. Auch im gesetzten Park hat jedes Beet ein goldener Staub umsäumt. Der Fisch errötet, überholt den Schwarm und stürzt durch Grotten ins Korallenbett. Zur Silbersandmusik tanzt Scheuder Skorpion. Der Käfer riecht die herrlichste von weit. Hätte ich nur seinen Sinn. Ich fühlte auch das Flügel unter ihrem Band zerschimmern und nehme den Weg zum roten Erdbeerstrauch. Erklär mir, Liebe. Wasser weiß zu reden. Die Welle nimmt die Welle an der Hand. Im Weinberg schwillt die Traube, springt und fällt. So arglos tritt die Schnecke aus dem Haus. Ein Stein weiß einen anderen zu erweichen. Erklär mir, Liebe. Was ich nicht erklären kann. Sollte ich die kürze, schauerliche Zeit nur mit Gedankenumgang haben und allein nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun, muss einer denken, wird er nicht vermisst. Du sagst, es zählt ein anderer Geist auf ihn. Erklär mir nichts. Ich sehe den Salamander durch jedes Feuer gehen. Kein Schauer jagt ihn und es schmerzt ihn nichts. Dann ist die Zeit weitergegangen und sie hat eines Tages in Paris einen anderen Mann kennengelernt und hat mich verlassen für etwas sehr viel Konkreteres und Anstrengenderes als mich. Max Frisch. Hans-Werner Henze bedauert das Ende seiner engen künstlerischen Gemeinschaft mit Ingeborg Bachmann. Und was da im Morgengrauen vom 3. auf den 4. Juli 1958 beginnt, zwischen blutigen Schlachterschürzen in den alten Markthallen in Paris, ist für die Lyrikerin eine erneute Achterbahnfahrt der Gefühle. Max Frisch hatte ihr vorher einen enthusiastischen Brief über ihr neues Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan« geschrieben. Er ist ein Erfolgsautor und 15 Jahre älter. Und sie erscheint zur Pariser Premiere seines Stücks »Biedermann und die Brandstifter«. Dieser Termin war für sie bereits Wochen vorher ein Fixpunkt. Doch schon zwei Tage nach ihrer ersten Nacht in einem Pariser Hotel schreibt er an sie »Was ist los? Ich warte und bange. Kein Zeichen. Du willst, dass wir verschwunden sind füreinander.« Damit ist die Tonlage gesetzt, denn so geht es weiter, vier Jahre lang. Regelmäßig ist von Trennung die Rede. Sie steht schon nach der ersten Wiederbegegnung in Zürich im Raum. Aber Bachmann will diese Beziehung unbedingt. Sie empfindet es wohl als die letzte Möglichkeit, ein gemeinsames Leben mit einem Mann zu führen, und zwar mit einem erfolgreichen Mann, einem, der mitten im Leben steht und das Realitätsprinzip zu verkörpern scheint. Frisch zeigt sich gebannt von ihrem literarischen Selbstbewusstsein und ihrer für ihn ungewohnten Unabhängigkeit. Doch er merkt bald, welche Schwierigkeiten es für ihn mit sich bringt, mit ihr zusammen zu sein. Als sie beschließen, zusammenzuleben, schlägt er gleich einen charakteristischen Grundton an. »Wir wären ein Unheil füreinander. Aber auch so ist kein Heil.« Ingeborg Bachmann ist in dieser Zeit damit beschäftigt, einen neuen, gänzlich anderen literarischen Weg einzuschlagen. Sie hat begonnen, Erzählungen zu schreiben. Sie werden 1961 unter dem Titel »Das 30. Jahr« erscheinen. Ihr eigenes 30. Jahr 1956 war ein Krisenjahr, und die Autorin versucht, sich über die Umstände klar zu werden. Sie sichtet ihre Erfahrungen. Seien es die Männer in ihren privaten Beziehungen, seien es die Männer in der Literaturkritik, sie löst sich konsequent von dem mit ihr verbundenen Bild der traumentrückten, etliche Projektionsmöglichkeiten bietenden Lyrikerin und widmet sich spröderen Prosatexten. Mit den Erzählungen ihres ersten Prosa-Bandes irritiert Ingeborg Bachmann. Sie entwindet sich den weiblichen Zuschreibungen. Oft sind die Protagonisten männlich. Das bereits fest etablierte Bachmann-Bild bekommt Risse. Die Reaktionen der Kritiker sind dementsprechend. Marcel Reich-Ranitzky beispielsweise blickt 1972 so zurück. Penetrantes Selbstmitleid und elegische Selbstgefälligkeit, sanfte Larmoyanz und backfischhafte Überspanntheit. Das waren die wichtigsten Kennzeichen der Personen, der männlichen ebenso wie der weiblichen, der alten wie der jungen, im Mittelpunkt schon des ersten Erzählungsbandes der Ingeborg Bachmann, das 30. Jahr 1961. Mit anderen Worten, die Erzählerin Ingeborg Bachmann ist und bleibt eine gefallene Lyrikerin. Einen erheblichen Teil zu dieser Verwirrung trägt der Text Undine geht bei, der das Buch programmatisch beendet. Die Figur der Undine ruft etliche literarische Assoziationen auf. In der Antike gehörte sie zu den halbgöttlichen Elementargeistern, eine Wassernümpfe, die bezaubernd singen kann. Es gibt auch verschwiegene, stille Bezüge zu Bachmann selbst. Hans-Werner Henze hatte gerade eine Ballettmusik zu Undine komponiert. Und vermutlich ist es auch kein bloßer Zufall, dass bereits in der Zeit ihrer frühen Medienkarriere in Wien der Künstler Wolfgang Kudrunowski eine entsprechende Fotokollage mit Ingeborg Bachmann gemacht hat, in der er sie wie eine weibliche Kulturikone inszenierte. Aus der Donau tauchen neun verschiedene Gesichter der jungen Ingeborg Bachmann auf, neben einem romantischen Ruderboot und vor dem Hintergrund der Uferböschungen und einer modernen Brücke. Mal lächelnd, mal nachdenklich, mal selbstbewusst. Eine Wassernixe. In der mythischen Überlieferung bringt Undine dem Gatten, der ihr untreu wird, den Tod. Ihr Menschen, ihr Ungeheuer, ihr Ungeheuer mit Namen Hans, mit diesem Namen, den ich nie vergessen kann. Immer, wenn ich durch die Lichtung kam und die Zweige sich öffneten, wenn die Ruten mir das Wasser von den Armen schlugen, die Blätter mir die Tropfen von den Haaren leckten, traf ich auf einen, der Hans hieß. Undine blickt zurück. Es ist eine Abschiedsrede. Und dass die Menschen Ungeheuer sind und banal und austauschbar Hans heißen, meint die Männer und die Gesellschaft im Allgemeinen. Die Männer haben die Macht. Sie stehen für das verführerische Lügen, für vorgetäuschtes Familienglück, für politische Verhängnisse. Doch es geht Bachmanns Undine in ihrem Monolog nicht einfach um eine Abrechnung mit Männern. Sie ist generell eine Erscheinung des Anderen, der Kunst. Wenn Undine aus ihrem Zauberreich unter Wasser an Land geht, wenn die Vegetation ihr das Wasser von den Armen und die Tropfen von den Haaren entfernt, konfrontiert sie die konkrete Gesellschaft mit ihrem utopischen Potenzial. Wenn euch nichts mehr half, dann half die Schmähung. Dann wusstet ihr plötzlich, was euch an mir verdächtig war. Wasser und Schleier und was sich nicht festlegen lässt. Dann war euch plötzlich eine Gefahr, die ihr noch rechtzeitig erkanntet. Und verwünscht war ich. Und bereut war alles im Handumdrehen. Bereut habt ihr auf den Kirchenbänken, vor euren Frauen, euren Kindern, eurer Öffentlichkeit. Vor euren großen, großen Instanzen wart ihr so tapfer, mich zu bereuen und all das zu befestigen, was in euch unsicher geworden war. Ihr wart in Sicherheit. Ihr habt die Altäre rasch aufgerichtet und mich zum Opfer gebracht. Hat mein Blut geschmeckt, hat es ein wenig nach dem Blut der Hindien geschmeckt und nach dem Blut des Weißen Wals, nach deren Sprachlosigkeit. Wohl euch, ihr werdet viel geliebt und es wird euch viel verziehen. Doch vergesst nicht, dass ihr mich gerufen habt in die Welt, das euch geträumt hat von mir, der Anderen, dem Anderen, von eurem Geist und nicht von eurer Gestalt. Der Unbekannten, der auf euren Hochzeiten den Klageruf anstimmt, auf nassen Füßen kommt und von deren Kuss ihr zu sterben fürchtet, so wie ihr zu sterben wünscht und nie mehr sterbt. Ordnungslos, hingerissen und von höchster Vernunft. Die höchste Vernunft, verbunden mit einer nicht festzulegenden Sinnlichkeit, dafür steht und diene. Sie beklagt die Unmöglichkeit der Liebe unter den herrschenden Verhältnissen. Und sie benennt diese Verhältnisse einmal auch im Sinne dessen, was die Autorin seit Anfang der 50er Jahre ästhetisch umtreibt. Die Möglichkeit eines Schreibens nach Auschwitz nämlich. Mein Gedächtnis ist unmenschlich, an alles habe ich denken müssen, an jeden Verrat und jede Niedrigkeit. An denselben Orten habe ich euch wieder gesehen. Da schienen mir Schandorte zu sein, wo einmal helle Orte waren. Was habt ihr getan? Still war ich, kein Wort habe ich gesagt. Ihr sollt es euch selber sagen. Eine Handvoll Wasser habe ich über die Orte gesprengt, damit sie grünen mögen wie Gräber, damit sie zuletzt hell bleiben mögen. Es wäre viel zu kurz gegriffen, in dem Namen Hans, den Undine für die Verwerfungen der Menschenwelt findet, etwa Bachmanns konkrete Liaison mit Hans Weigel aufblitzen zu sehen, jenem gestandenen Mann, der repräsentativ das Diesseitige verkörperte. Vielleicht fällt der Name Hans, in dem sogar Hans-Werner Hänze mitschwingt, aber auch mit einem schmerzhaft ironischen Augenzwinkern. Bald kann Ingeborg Bachmann die ästhetische Distanz zu den eigenen biografischen Erfahrungen nicht mehr in dieser Form beibehalten. Ab März 1959 wohnt sie mit Max Frisch in einem Haus mit Seeblick bei Zürich. Ende April aber fährt sie bereits ein paar Tage an den Koma See, weil sie glaubt, dort besser arbeiten zu können als unter dem gemeinsamen Dach mit Frisch. Ihr damaliger Lektor, Reinhard Baumgart, erinnert sich. Sie hatte einfach keine handwerkliche Robustheit, mit der man ein ganzes Autorenleben durchhält und dann Autor als Beruf leisten kann. Und dann lebte sie ja jahrelang mit so einem wirklich, ja, einem dichter Profi wie Max Frisch zusammen. Und sie hat mir oft erzählt, was mich wahnsinnig macht, ist, er geht nach dem Frühstück rauf und schon höre ich nach kurzer Zeit seine Schreibmaschine klappern, das läuft und läuft. Und ich sitze da und brüte und es kommt und kommt nichts. Mit Paul Celan bleibt Ingeborg Bachmann weiter in Kontakt. Im Herbst 1958, nach wenigen Wochen in der gemeinsamen Wohnung mit Max Frisch, jährt sich die Wiederbegegnung mit Celan auf jener Wuppertaler Tagung. Und jetzt schreibt sie an Celan, Der vergangene Herbst drängt sich in diesen Herbst. Am 23. Dezember unterzeichnet sie einen Brief an Celan mit In Liebe, Ingeborg. Sie weiß, dass ein Zusammenleben mit Celan unmöglich ist, aber sie wird sich ihrer literarischen Nähe zu ihm umso bewusster. Max Frisch entgeht das nicht. Im Herbst 2022 ist der umfangreiche Briefwechsel zwischen Bachmann und Frisch veröffentlicht worden. Auch darin ist Bachmanns Profil schwer zu erfassen. Ihr Agieren im Widersprüchlichen, ihr flirrendes und lockendes sich entziehen. Nach einigen gemeinsamen Monaten in Zürich erkrankt Frisch an Hepatitis und liegt lange im Krankenhaus. Bachmann indes fährt währenddessen mit Hans Magnus Enzensberger nach Italien. Ein Umstand, der Frisch durchaus nicht kalt lässt. Im Juli 1959 schreibt Bachmann dann an Frisch Max, es ist so schwer zu erklären, aber ich habe nur ganz selten das Gefühl der Gleichberechtigung zwischen uns. Ich stehe von Anfang an etwas unter dir oder hinter dir. Du hast es bestimmt nicht gewollt, aber es bringt dich dazu, mit mir zu reden manchmal wie zu einer Schülerin, bald liebevoll, bald tadelnd. Ich bin aber, wenn ich nicht bei dir bin, auch erwachsen, einem Mann gewachsen und lasse mir, wie die Brechtmädchen sagen würden, nichts gefallen. Max Frisch ist eifersüchtig und registriert Bachmanns Eskapaden, aber er ist auf sie auch als Schriftsteller eifersüchtig. Frisch inszeniert sich im Vergleich zu Bachmann und Celan als durchschnittlich. Die beiden Lyriker hingegen seien Auserlesene und er benennt seine Angst, bloße Unterhaltungsliteratur zu schreiben. Privat engagierte, visionslose, in den Mitteln redliche und in letzter Zeit sogar meisterliche, in ihrer Visionslosigkeit stets auf irgendeine moralische Rückversicherung gestützte Schriftstellerei, die reichlichst zu Ehren kam. Max Frisch zeigt sich von Bachmanns Intellektualität, aber auch von ihrer weiblichen Sphinxhaftigkeit fasziniert und elaboriert regelmäßig an den Unterschieden zwischen ihnen, die für Außenstehende unverkennbar sind. Hier der glänzende Romankonstrukteur Frisch, der mit seinem enorm wirkungsvollen Homophaber soeben auch eine ideale Vorlage für Literaturdidaktiker geliefert hat. Und da die lyrische Diva, die den hymnischen wie elegischen hohen Ton Hölderlins gegen ihre unmittelbare Gegenwart richtet. Die Korrespondenz der beiden lässt erkennen, welche Schwierigkeiten das auch im Alltagsleben mit sich bringt. Bachmanns Schillern zwischen Literatur und Leben ist für Frisch eine nicht zu bewältigende Herausforderung. Einmal imaginierte sich Bachmann in der dritten Person. Sie liebt mich nicht so wenig wie einen anderen, sondern sie liebt die Liebe und sich selbst als Liebende. Max Frisch ist ein genauer, theatergeschulter Beobachter und scharfsinniger Menschenskizzierer und er scheint hier bei Bachmann einen wunden Punkt zu treffen. Die Krankenhausaufenthalte Bachmanns zwischen Dezember 1962 und Februar 1963 bilden das Zentrum späterer Bachmann-Mythen. Sie liegen in der Zeit der Trennung von Max Frisch. Es gab, das lässt sich durch die Edition des Briefwechsels mit Frisch erschließen, weder einen Selbstnotversuch Bachmanns noch eine Abtreibung. Dies waren nachträgliche literarische Imaginationen von ihr. Bachmann hat sich seit Langem als unbedingt unabhängige Schriftstellerin durchgeschlagen und die Krise, die jetzt bei ihr ausbricht, im Alter von Mitte 30, verweist auf etwas Existenzielles und geht über die gescheiterte Beziehung zu Max Frisch hinaus. Elfriede Jelinek charakterisierte Max Frisch einmal als unheilbar gesund. Frischs konkrete Person war vermutlich gar nicht zu entscheiden für das Trauma, das die Trennung bei Bachmann auslöste. In erster Linie wurde sie sich ihrer grundlegenden Aporien bewusst. Es ist erschreckend zu verfolgen, wie sich Bachmanns psychischer Zusammenbruch des Jahres 1963 im Einzelnen zeigt. Die Veröffentlichung von Max Frischs Roman »Mein Name sei Gantenbein«, in dessen Figur Lila Bachmann zu erkennen ist, hat sie selbst noch begleitet und gut geheißen. Aber kurz darauf schreibt sie schon von Frisch in seinem Roman »Missbraucht worden« zu sein. Eine gewisse Rolle bei Bachmanns Dämonisierung des Geliebten Max Frisch spielt danach auch ein fragwürdiger Psychotherapeut. Ihre Beziehung überforderte beide, auch Max Frisch. »Du trittst in mein Leben, Ingeborg, wie ein lang gefürchteter Engel, der fragt »Ja oder Nein«. Max Frisch vermietet es Zeit seines Lebens über seine Beziehung mit Ingeborg Bachmann zu sprechen. Peter Hamm gelang es einmal in einem Fernsehfilm über Ingeborg Bachmann einige Jahre nach ihrem Tod Max Frisch immerhin zu einer Äußerung zu bewegen. Und es ist jedenfalls kann ich einmal die Tatsache feststellen, dass wir als Mann-Frau, als Paar gelebt haben. jeder arbeitend, jeder kenntnisnehmend von der Arbeit des Anderen, aber eine Zusammenarbeit oder eine Beeinflussung oder auch nur eine Stimulation glaube ich, hat nicht stattgefunden. Anfang 1963, als die Trennung von Frisch feststeht und Ingeborg Bachmann völlig hilflos ist, wendet sie sich in ihrer Not an Hans-Werner Henze. Ich habe so tun müssen, als sei nichts, nur ein bisschen Krankheit, aber das stimmte nicht. Es war nicht ein bisschen Krankheit, sondern ich musste vor zwei Monaten in die Klinik, weil ich versucht habe, mich umzubringen. Aber das werde ich nie wieder tun, das war eine Verrücktheit und ich schwöre dir, dass ich das nie wieder tun werde. Du denkst, vielleicht es sei meine Schuld, dieses Ende, aber das stimmt nicht. Wenn man überhaupt von Schuld sprechen will, dann ist es die Schuld von Max, sonst wäre es mit mir nicht so weit gekommen. Tatsache ist, dass ich tödlich verletzt bin und dass diese Trennung die größte Niederlage meines Lebens bedeutet. Ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen, als das, was ich durchgemacht habe und was mich bis heute verfolgt, auch wenn ich heute anfange, mir zu sagen, dass ich weitermachen muss, dass ich an eine Zukunft denken muss, an ein neues Leben. Strömung So weit im Leben und so nah am Tod, dass ich mit niemand darum rechten kann, reiß ich mir von der Erde meinen Teil. Dem stillen Ozean stoße ich den grünen Keil mitten ins Herz und schwemme mich selber an. Zinnvögel steigen auf und Zimtgeruch, mit meinem Mörderzeit bin ich allein, in Rausch und Bläu puppen wir uns ein. Henze kommt sofort zu ihr nach Zürich und holt sie ab, fährt mit ihr nach Italien. Es war der Keim gelegt zu Bachmanns großem Todesartenprojekt, an dem sie von nun an arbeitet und von dem nur der Roman Malina als abgeschlossener Text existiert. Am Anfang des neuen Themenfeldes stand die Büchnerpreisrede, die sie 1964 hielt, mit dem Titel Ein Ort für Zufälle. Bachmann hatte durch die Vermittlung Westberliner Freunde ein Stipendium der Ford Foundation bekommen. Ihre literarisch genau durchgearbeitete Dankesrede nimmt Berlin, den Ort ihres schwierigen, vorübergehenden Exils und ihre eigene psychische Situation zum Ausgangspunkt. Das Motto der Buchausgabe dieser Rede in den legendären schwarzen Quartheften des soeben gegründeten Verlags Klaus Wagenbach zielt mitten ins Zentrum und stammt aus Büchners Lenz. Er jagte mit rasender Schnelligkeit sein Leben durch und dann sagte er konsequent, konsequent. Wenn jemand was sprach, inkonsequent, inkonsequent. Es war die Kluft unrettbaren Wahnsinns. Auslöser der Büchner Preisrede sind Bachmanns Krankenhausaufenthalte in Berlin, einer Stadt, die immer noch sehr stark von der Vergangenheit des Nationalsozialismus sowie den äußeren und inneren Zerstörungen des Krieges gezeichnet war. Ein Riss ging durch diese Stadt. Sie war geteilt zwischen Ost und West und Bachmann bezieht dies auf ihren eigenen Körper, auf ihre Zerrissenheiten. Der Titel ihrer Rede Ein Ort ein Ort für Zufälle greift das auf und bezieht sich auf das merkwürdige Wort, mit dem Büchner die Lenz'sche Krankheit behaftet, wie Bachmann sagt. Die Wahnzustände der Lenz-Figur heißen hier Zufälle. Für die Autorin werden derlei Zufälle zum Grundmotiv. Die berühmte büchnersche Wendung auf dem Kopf zu gehen wird für Ingeborg Bachmann zur Definition literarischer Erkenntnis. Über Bachmanns Krankheitsgeschichte ist viel und unterschiedlich spekuliert worden. Manifest wird sie im Sommer 1962, als Bachmann eröffnet wird, sie müsse sich ihre Gebärmutter entfernen lassen. Es handelt sich um eine Operation, deren physische und psychische Folgen sie lange unterschätzt. Gleichzeitig ist ihre Tablettenabhängigkeit nicht mehr zu leugnen. Die ersten Spuren davon sind bis in die 50er Jahre zurückzuverfolgen. Bachmann lässt sich deshalb im Krankenhaus behandeln. Im ungetrübten Vertrauen auf den wissenschaftlichen Fortschritt verschrieb man damals bedenkenlos und am häufigsten das Beruhigungsmittel Periquil. Es ist heute längst nicht mehr auf dem Markt. Bachmann begann früh, es ganz selbstverständlich zu nehmen und dachte sich wohl, wie die Ärzte, kaum etwas dabei. Das Medikament hatte jedoch ein hohes Suchtpotenzial und führte zu psychischen Veränderungen. Und Bachmann nahm noch andere Schlaftabletten, so wie sie gerade zur Hand waren. Der Übersetzer Moshe Kahn erinnert sich. Und das mit den Schlaftabletten, ja, das war fürchterlich. Ich wusste auch nicht, woher sie die bekamen. Das habe ich dann doch später erst mal erfahren. Aber sie hat mir erzählt, sie nimmt zum Einschlafen 13 Mogadon. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Für mich war das eine Relation. Wenn ich mal eine Schlaftablette nahm, dann nahm ich eine halbe Mogadon und konnte dann wunderbar schlafen. Aber 13, das schien mir dann doch außerordentlich. Aber ich bin völlig davon überzeugt, dass es stimmte. Denn sie rauchte ja auch viel. Denn Tag über hat sie gut an die 100 Gitane geraucht. Ohne Filter. 100. Die Tablettensucht führte schließlich auch unter dramatischen Umständen zu Bachmanns frühem Tod am 17. Oktober 1973. Sie war narkotisiert mit der brennenden Zigarette eingeschlafen und das Feuer griff auf ihr Nachthemd über. Mit schweren Verbrennungen wurde sie schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert und starb dort nach drei Wochen an den Folgen ihres jahrelangen Medikamenten Missbrauchs. Inzwischen werden Bachmanns Schreiben und ihre Lebensvorstellungen unter Hinweis auf ihre Krankheiten und psychischen Labilitäten gelegentlich pathologisiert und in diesem Zusammenhang werden auch ihre wechselnden Beziehungen zu Männern angeführt. Es ist verblüffend, dass die diversen Affären des älteren Herrn Gottfried Benn zur selben Zeit seine Reputation für die Nachwelt eher noch zu erhöhen scheinen. Welch ein Filou, dieser radikal ausgenüchterte, lustvolle Zyniker. Bei Ingeborg Bachmann dagegen assoziieren kritische Stimmen verblüffend oft Haltlosigkeit und Selbstzerstörung. Die Autorin hat ihre verschiedenen Selbstbilder in ihren literarischen Texten vorgeführt und versucht Klarheit darüber zu gewinnen. Sie geben am besten Aufschluss über die Problematik, in die Bachmann hineingeriet und die sie offenkundig langsam nicht mehr zu überblicken begann. Exil Ein Toter bin ich der wandelt gemeldet nirgends mehr unbekannt im Reich des Präfekten überzählig in den goldenen Städten und im grünenden Land abgetan lange schon und mit nichts bedacht nur mit Wind mit Zeit und mit Klang der ich unter Menschen nicht leben kann. Nach dem Stipendium in Berlin zog es Ingeborg Bachmann wieder nach Rom, dem ihr am ehesten gemäßen Ort. Dort begann sie ihr Großprojekt mit dem Titel Todesarten zu entwickeln. Dabei entstand ein anspielungsreiches Netz von Figuren und Motiven, das die verschiedensten sprachlichen Formen aufnahm, Perspektivwechsel, das unmerkliche Hinübergleiten zwischen der ersten und der dritten Person, das Hin- und Herschalten zwischen mehreren Zeitschichten. Nach langen Anläufen mit Tausenden von Manuskriptseiten ging daraus erst in einem letzten Arbeitsgang der Roman Malina hervor. Als Fragmente, wenn auch mit langen in sich geschlossenen Prosa-Passagen hinterließ sie daneben die Romanvorhaben das Buch Franza und das Buch Goldmann. Die Todesarten, die Bachmann auffächert, gehen weit über das Mann-Frau-Verhältnis hinaus. Die Texte sprechen von Krankheit, von gesellschaftlichen Zurichtungen und Verbrechen, die zeitgenössisch sind und anders wahrzunehmen als die zurückliegenden Verbrechen der Nationalsozialisten. Es ist ein so großer Irrtum zu glauben, dass man nur in einem Krieg ermordet wird oder nur in einem Konzentrationslager. Man wird mitten im Frieden ermordet. Es ist unverkennbar, dass die Art und Weise, wie die Beziehung zu Max Frisch verlief und endete, der Auslöser für die neuen Schreibbewegungen Ingeborg Bachmanns wurde. In seinem Roman »Mein Name sei Gantenbein« veröffentlicht 1964, hatte Frisch in zum Teil sehr konkreten Details sein Zusammenleben mit ihr beschrieben. Für Eingeweihte war das unschwer zu erkennen. Diese literarische Verwertung intimen Erlebens empfand Bachmann mittlerweile als tiefgehende Verletzung. Im Fanny Goldmann Fragment gibt es einen Handlungsstrang, in dem ein junger Schriftsteller seine Affäre mit der berühmten Schauspielerin Fanny Goldmann für Karrierezwecke einsetzt. Er hatte sie ausgeweidet, hatte aus ihr Blutwurst und Braten und alles gemacht. Er hatte sie geschlachtet. Sie war geschlachtet auf 386 Seiten in einem Buch. In einer späteren Taschenbuchausgabe kam der in der ersten Auflage 495 Seiten zählende Gantenbein Roman tatsächlich auf 386 Seiten. Aber das konnte die Autorin damals noch nicht ahnen. Die Ich-Figur der Schriftstellerin in Marlina ist deutlich von derlei Medien und Schlachterlebnissen gezeichnet. Doch sie werden nie direkt eins zu eins aus dem Leben der Autorin Ingeborg Bachmann übersetzt, eher im Gegenteil. Sie brauchte lange, bis sie zur Romankonstruktion von Marlina vordrang. Es ist ein aufwendiges ästhetisches Verdichtungsverfahren, das ursprüngliche Muster in neue Zusammenhänge überführt und alle autobiografischen Spuren unkenntlich zu machen versucht. Der Roman Marlina erschien nach langen Jahren ohne eine Buchveröffentlichung der Autorin mit dem größtmöglichen öffentlichen Wirbel schließlich 1971. Im Mittelpunkt steht eine weibliche Ich-Figur. Sie hat ein Liebesverhältnis zu Ivan, der in der Nähe wohnt. Aber es gibt noch einen anderen Mann, mit dem sie auf vertrackte Weise zusammenlebt. Er heißt Marlina und ist eine Art männlicher Abspaltung des weiblichen Ich, also eine andere Möglichkeit dieser Ich-Figur, die männlich und rational ist. Zum Schluss bleibt nur Marlina in der gemeinsamen Wohnung zurück. Die weibliche Figur verschwindet auf geheimnisvolle Weise in der Wand und hinterlässt als letzten Satz des Romans eine Erklärung, die in den nächsten Jahren eine Schlüsselrolle in der feministischen Rezeption des Romans spielen wird. Es war Mord. Dieses ist der herausstechenden Merkmale der Schriftstellerin. Dafür gibt es die verblüffendsten Zeugnisse. Als ihr viel älterer Geliebter Hans Weigl sich 1948 für einige Monate in New York aufhielt, schrieb sie ihm in Jugendlich keck im Tonfall Ich kriege schon wieder Nachlassangst. Irgend so ein windiger, wichtig-tuerischer Dissertant schreibt dann Um das 40. Lebensjahr erlarmte die schöpferische Kraft des Dichters Zusehens. Heute sind wir imstande, die Wurzel dieser unwiederbringlich verlorenen Jahre zu finden. Ein 22-jähriges völlig amoralisches minderwertiges Geschöpf, deren unerquickliche schamlose Affären aus dem Briefwechsel Mai bis August 1948 hervorgehen, dessen Herausgabe vom zuständigen Minister untersagt wurde, deren Inhalt aber dem Biografen zugänglich gemacht wurde, zog den in seiner vollen Schaffenskraft stehenden in seine Fänge. In einen wahren Abgrund. Weiter mag ich gar nicht denken. Ach und wehe über uns. Die 22-jährige Ingeborg Bachmann fühlt sich zu diesem Zeitpunkt längst selbst als Schriftstellerin, verschiebt das Interesse der Nachwelt in ihrer Vorstellung aber auf den Mann. Und als sie schon längst als freie Schriftstellerin lebt, im Oktober 1959, schreibt sie an ihre Eltern, dass sie sich, was ihren Beruf angehe, mehr zu den Männern zähle. So wie sie zu leben versucht, kann es eigentlich nur ein Mann tun. An dieser Erkenntnis arbeitet sie sich zeitlebens ab. In einem ihrer Interviews im Umfeld des Erscheinens von Malina spricht sie das Phänomen ihrer männlichen Protagonisten an. Das ist eine der ältesten, wenn auch nur halb verschütteten Erinnerungen, dass ich immer gewusst habe, ich werde dieses eine Buch schreiben. Zwar schon sehr früh, während ich die Gedichte geschrieben habe. Und dass ich immerzu nach dieser Hauptperson gesucht habe, dass ich gewusst habe, sie wird männlich sein und dass ich nur von einer männlichen Position aus erzählen kann. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, warum eigentlich? Ich habe es nicht verstanden, auch in Erzählungen nicht. Es ist für mich wie das Finden meiner Person, nämlich dieses Ich, das weibliche Ich, nicht zu verleugnen und trotzdem das männliche zu finden, auf dessen Suche ich erunterbrochen war. Es muss auch für mich gar nicht so sein, dass sie im Grunde genommen eine Person sind, selbst wenn er es anders liest oder lange nicht dahinter kommt oder erst am Ende dahinter kommt. Das würde mir nichts ausmachen. Man muss überhaupt ein Buch auf verschiedene Arten lesen können. Und außerdem es heute anders lesen als morgen. Im Laufe des Romans werden die Herrschaftsmechanismen der Gesellschaft durchdekliniert, denen die Frau zum Opfer fällt. Die Macht der Ökonomie, der Politik, der Religion, der Medien und die des Mannes. Vor allem in den langen Traumsequenzen des Mittelteils steht die große symbolische Figur des Vaters für die gesellschaftlichen Unterdrückungsmechanismen an sich. Die erste feministische Lektüre in den 1970er Jahren nahm dies zum Anlass zwei Axiome zu formulieren, die seitdem von den Vorstellungen über Ingeborg Bachmanns Biografie nicht mehr zu lösen sind. Da ist zum einen das Bild von Ingeborg Bachmanns Vater als überzeugtem Nazitäter und zum anderen ausgehend von konkreten Horrorvisionen im Traumkapitel die Vermutung, die Autorin sei in ihrer Kindheit von ihrem Vater sexuell missbraucht worden. Mittlerweile sind Ingeborg Bachmanns Traumnotate aus ihrer psychotherapeutischen Behandlung Mitte der 60er Jahre veröffentlicht worden, aus denen eindeutig hervorgeht, dass das Urbild der Vaterfigur im Marlina-Roman Max Frisch war. Wo in den Traumprotokollen für den Psychotherapeuten der Klarname Max oder ein Herr F genannt wird, ist diese Figur in fast identischen Szenen in Marlina zum Vater geworden. In einem Traumprotokoll Bachmanns vom 20. Februar 1966 60 für ihren Psychotherapeuten Helmut Schulze heißt es Herr F hat mich ins Gefängnis gebracht. Ich bin nicht allzu überrascht, aber ich hoffe, dass man mich gut behandeln und mich schreiben lassen wird. Immerhin könnte ich dann das Buch fertig schreiben. Und in Marlina heißt es Mein Vater hat mich ins Gefängnis gebracht. Ich bin nicht allzu überrascht, denn ich kenne ja seine guten Verbindungen. Zuerst hoffe ich, dass man mich gut behandeln und mich zumindest schreiben lassen wird. Immerhin habe ich hier Zeit und bin vor seinen Nachstellungen sicher. Am Ende des ästhetischen Prozesses ist aus der konkreten Person Max Frisch die Figur des Vaters geworden, als Symbol für die repressiven Mechanismen der Gesellschaft. Ingeborg Bachmann erklärte die Konstruktion des Marlina Romans, in dem das Albtraum Kapitel von den beiden anderen Kapiteln getrennt in der Mitte steht, einmal so. Die ganzen Geschichten, die ausgespart werden, weil dass ich über sich nichts erzählen darf, denn sein Doppelgänger verbietet es im Jahr, die kommen in den Träumen vor, etwa die Erklärung für seine Zerstörung, für sein schon beinahe vernichtet sein, durch eine Vorgeschichte, die angerichtet wird durch diese übermächtige Vaterfigur, von der sich aber herausstellt, dass es die Figur des Mörders ist, und zwar des Mörders, den wir alle haben. In das Textgewebe von Malina hat Ingeborg Bachmann aber auch noch etwas ganz anderes eingefügt. Es macht in charakteristischer Weise ihr Natur und Leben zueinander in Beziehung zu setzen deutlich. In dem wie aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Erzählwelt eingelagerten Märchen über die Prinzessin von Kagran tauchen viele Zitate aus Gedichten Paul Zählerns auf. Ja, die Figur des Fremden, der kommt, um die Prinzessin zu befreien, verweist auf die konkrete Person Paul Zählerns. Bachmann hat dieses Märchen noch nachträglich in das Malina-Konzept eingefügt, als sie vom Tod Paul Zählerns erfahren hatte. Der Überbringer dieser Nachricht war Mosche Kahn, der gerade dabei war, Zählern ins Italienische zu übersetzen. Ich rief sie von Florenz aus an, um ihr Zählerns Tod mitzuteilen, den ich gerade an dem Morgen selbst gehört hatte. Und ja, da war sie natürlich sprachlos und ich habe gesagt, ich komme am Wochenende nach Rom, vielleicht können wir uns dann sehen, da haben wir uns gesehen und sie hat wirklich geheult während der zwei Stunden, die ich mit ihr verbrachte. habe bei ihr zu Hause. Sie hat richtig geweint und da wusste ich, das geht ihr sehr nah. Das war mir nicht so klar, dass da mehr hinter stecken würde. Und das kam dann erst sehr viel später, als mir dann aufging, ja, das erklärt natürlich vieles. Die Zählern-Zitate in Marlina stammen vor allem aus dem Band Der Sand aus den Urnen, der 1948 in Wien erschienen war, kurz nach der unbeschwerten ersten Liebesphase zwischen den beiden. Es ist jene Sprache der Dunkelheit, die Celan in seinem an Bachmann gerichteten Gedicht Corona entwarf. Mein Auge steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles. Bachmann nimmt das in ihrer Legende der Prinzessin von Kargran in Marlina auf, wenn die Prinzessin und der Fremde miteinander zu sprechen beginnen, und sie fügt im Nachhinein etwas Entscheidendes hinzu. Es heißt jetzt Die Gegensätze werden aufgehoben. Das Märchen der Prinzessin von Kargran ist im Erzählkosmos von Marlina eine in die Vergangenheit verlagerte Utopie. Auf die Gegenwart und auf die Zukunft bezogen scheint in diesem Roman jedoch alles in dem Satz zu kulminieren, der als eigenständiger Absatz am Ende steht. Es war Mord. Der Mord, der hier geschieht, bedeutet auf der Ebene des Textes, das Leben löst sich in der Literatur auf. Diese paradoxe Konstellation bezeichnet die ästhetische Haltung, die Ingeborg Bachmann bis zur letzten Konsequenz vorangetrieben hat. Und deshalb spielt auch die Musik, die Kunst, die ohne Worte auskommt, in Marlina eine zentrale Rolle. Deutlich wird das vor allem daran, dass Arnold Schönbergs Piero Lunair am Anfang und auch im Schlussteil mit den originalen Noten aus der Partitur im Text erscheint. Es handelt sich um eine markante Stelle aus dem Piero Lunair, O alter Duft aus Märchenzeit. Und es ist ein Leitmotiv, das sich durch den gesamten Roman zieht. O alter Duft aus Märchenzeit, Bereitsch ist wieder mein Seen. Ein Risch herr und schnell herr durchwärt die leichte Luft. Ein glückhaft Wünsche macht mich froh nach Freuden, die ich lang verachtet. Das Märchen der Prinzessin von Kagran, das in Marlina eingelagert ist, nimmt diese Melodie im Text auf. Es vermittelt etwas vom Duft einer alten Märchenzeit. Die Anrufung der Märchenzeit aus Schönbergs Piro Lunair taucht wiederholt auf und schwebt auch noch über dem so oft zitierten und scheinbar eindeutigen Schlusssatz des Romans dem Mord. Überhaupt ist Bachmanns Malina Roman vielschichtig komponiert und instrumentalisiert. Und er erschließt sich erst vollständig, wenn man ihn tatsächlich auch mit dem Aufbau von Schönbergs Musikstück vergleicht. Schönberg griff auf einen französischen Gedichtzyklus von Albert Giraud zurück, dessen Gliederung in drei Teile der Gliederung von Malina entspricht. Die musikalische Strukturierung des Textes von Malina wirkt wie ein Kontrapunkt zum Konstatieren eines Mordes am Schluss. Über die Musik sagte Bachmann in einem Interview Sie hilft mir, indem sich für mich das Absolute zeigt, dass ich nicht erreicht sehe in der Sprache, also auch nicht in der Literatur, weil ich sie für überlegen halte, also eine hoffnungslose Beziehung zu ihr habe. Ja, das erklärt wahrscheinlich gar nichts für jemand anderen, aber die Musik ist ja nun etwas Irrationales und das Irrationales Sagen Sie das nicht einem Komponisten. Marlina erschien 1971 in einer politisch stark aufgeladenen Zeit und man hat die Autorin in Interviews auch danach gefragt. Es falle auf, dass Marlina sehr dezidiert auf wenige Personen und ihre Gefühlszustände begrenzt sei und keine Rückschlüsse auf politische Zusammenhänge zulasse. Man könnte sich natürlich fragen, also wo kommt denn hier zum Beispiel dem Vietnamkrieg vor. Wo ist überhaupt das Weltgeschehen? Aber das Weltgeschehen, das ist ja eine Pflichtübung, mit der manche meinen, dass man dadurch etwas über diese Zeit geschrieben hätte. Ich glaube aber nicht, dass das die Sache der Literatur ist, auf diese Weise über die Zeit zu schreiben, sondern ihre Phrasen zu zerschreiben und dass ich auch an diesen Bewusstseins Vorgängen oder an diesen Angstzuständen müsste sich zeigen, dass dieses Buch von heute ist und dass es nicht im Nirgendwo spielt, auch dass seine Privatheit weit über das Private hinaus zielt. Auch in den verschiedenen Fragmenten in Bachmanns Nachlass erscheint das Mann-Frau-Verhältnis als Ausdruck eines gesellschaftlichen Zusammenhangs. Die raffinierte Spiegelungstechnik, die ästhetisch hochdifferenzierte Zeichnung von Innenwelten und die dabei angelegten literarischen Deutungsmuster entziehen sich allzu eindeutigen Lesarten. Wie am Schluss von Undine geht und wie in den existenzialistisch aufgeladenen Gedichten der 50er Jahre gibt es in der Prosa von Ingeborg Bachmanns letzten Lebensjahren immer auch eine paradox anmutende Art von Hoffnung. Eine Sehnsucht, in der das Leben in der Literatur aufgehoben erscheint. Ein Jahr vor Bachmanns Tod kam ihr Erzählungsband simultan heraus. Er endet mit der großen Erzählung Drei Wege zum See. Und hier scheint am reinsten eine Utopie auf, die diese Autorin früh für sich entdeckte. Im Grunde aber beherrscht mich noch immer die mythenreiche Vorstellungswelt meiner Heimat, die ein Stück echtes, kaum realisiertes Österreich ist. Eine Welt, in der viele Sprachen gesprochen werden und viele Grenzen verlaufen. Ein Stück echtes, kaum realisiertes Österreich. In Drei Wege zum See greift Ingeborg Bachmann diese Vision auf. Die Autorin umkreist das Potenzial ihrer Heimatregion um Klagenfurt, das Aneinandergrenzen der Deutschen, der Slowenischen und der Italienischen Sprache. Etwas, das wie Ernst Blochs Prinzip Hoffnung in ihre Kindheit scheint. Hauptfigur ist die weltläufige Fotografin Elisabeth Matray, die bei einem Aufenthalt in ihrer Heimatstadt Klagenfurt an ihre inneren Grenzen gerät. Sie liest einen Essay mit dem Titel Über die Tortur und es wird deutlich, dass es sich um einen Text von Jean Amery handelt, der darin sein Trauma beschreibt, als gefolterter Jude, die NS-Zeit überlebt zu haben. Und mit diesem Hintergrund wird auch die Geschichte des Mannes erhält, den Elisabeth Matray liebt. Sein Name ist Franz-Joseph Trotter. Er ist der Sohn der Hauptfigur aus Josef Roths Roman Die Kapuziner Gruft, der im Jahr 1938 vom Vater zu einem Freund nach Paris ins Exil geschickt wird. Ingeborg Bachmann lässt ihn in ihrer Erzählung in den 50er-Jahren wieder auferstehen und verleiht ihm das Gesicht des den Nazi-Schergen entronnenen Dichters Paul Celan. Die ersten Tage, in denen sie Trotter suchte und floh und er sie suchte und floh, waren das Ende der Mädchenzeit, der Anfang ihrer großen Liebe. Und wenn sie später auch, wie sie es aus dem jeweiligen Blickwinkel eben sah, meinte, eine andere große Liebe sei ihre große Liebe gewesen, dann war doch Trotter nach mehr als zwei Jahrzehnten auf dem Höhenweg Nummer eins noch einmal die große Liebe, die unfasslichste, schwierigste zugleich, von Missverständnissen, Streiten, aneinander vorbeisprechen, Misstrauen belastet, aber zumindest hatte er sie gezeichnet. Nicht in dem üblichen Sinn, nicht weil er sie zur Frau gemacht hatte, denn zu der Zeit hätte das auch schon ein anderer tun können, sondern weil er sie zum Bewusstsein vieler Dinge brachte, seiner Herkunft wegen, und er, ein wirklich exilierter und verlorener sie, eine Abenteurerin, die sich, weiß Gott, was für ihr Leben von der Welt erhoffte, in eine Exilierte verwandelte, weil er sie erst nach seinem Tod langsam mit sich zog, in den Untergang, sie den Wundern entfremdete und sie die Fremde als Bestimmung erkennen ließ. Als der Erzählband simultan erscheint, weiß man noch nichts von der frühen Beziehung Ingeborg Bachmanns mit Paul Celan. Man ahnt nichts von dem Briefwechsel der beiden, durch den die hier auf Elisabeth Matrei bezogenen Daten und Überlegungen als zentrale Momente der Liebe zwischen Bachmann und Celan erkennbar werden. Die Autorin lässt Trotter aus Slowenien stammen, ihrem Kindheits Grenzland. Er ist Teil eines untergegangenen Reiches, das zwischen den Romanen Josef Roths und Ingeborg Bachmanns eigenem Habsburg-Mythos angesiedelt ist. Vor allem aber ist Trotter der unerreichbare ferne Geliebte, die einzige und große Liebe. Sie ist nur in der Literatur zu verorten und hatte mit Paul Celan eine konkrete Gestalt gefunden. Diese Vision hatte Ingeborg Bachmann bereits in einer öffentlichen Rede 1959 zum Ausdruck gebracht. Jahrhundert Innerhalb – Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es in der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Dass wir es erzeugen, dieses Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen, darauf, meine ich, kommt es an, dass wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt. Literatur schlägt Leben. Eine lange Nacht über Ingeborg Bachmann. Von Helmut Böttiger. Es sprachen Thomas Holländer, Sandra Höhler, Julian Mene, Tanja Fornaro, Max von Pufendorf, Florian Anderer und Matthias Brandt. Ton Alexander Brennecke. Regie Vera Teichmann. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.